Aufnahme? Läuft. Tee oder Kaffee? Es ist der gute alte Earl Grey. Heiß? Ist er noch heiß oder schon kalt? Lauwarm. Lauwarm. Es ist eine Weile her, dass ich den gemacht hatte. Es ist auch bloß noch ein kleiner Rest übrig. Okay. Aber wir brauchen jetzt keine Teepause zwischendurch, wo du dir nochmal einen Tee machst. Muss man schauen. Okay, schauen wir dann. Handy? Handy ist leise. Und die Signale aus dem All? Die sind so komisch wie immer. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. Countdown Podcast, Folge 55. Ich bin der Christopher von der Meiden, euer Moderator. Und ich begrüße bei mir im virtuellen Podcaststudio den Frank Wunderlich-Pfeiffer. Hallo. Hallo, Christopher. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich manchmal den Vollnamen sage und manchmal den Vornamen. Aber wenn ich dann halt bei mir das schon sage, dann muss ich ja das auch konsequent durchziehen. Aber irgendwie ist das immer so eine spontane Entscheidung. Ich antworte immer nur defaultmäßig mit Hallo, Christopher. Ich habe mir das angewöhnt, dann brauche ich nicht nachdenken. Das ist immer gut. Immer der gleiche Tonfall. Es ist, ja, notfalls kannst du dann, notfalls kannst du dann irgendwo anders mal rausschneiden und reinpacken. Also, ne. Ja, ich habe es gerade im Vorgespräch, Frank, gesagt. Wir waren jetzt gefühlt lange nicht mehr auf Sendung, weil wir jetzt doch irgendwie eine halbe Woche hinter unserem Schichtplan sind. Und das macht sich bei mir so im Gefühl bemerkbar, wenn ich dann, Frank, dann mehr als zwei Wochen lang nicht gesprochen habe. Hä, schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ja. Aber wir sehen uns ja bald persönlich so Auge zu Auge. Wir sehen uns bald. In der Tat, in der Tat. Es ist der dritte, demzufolge in einer Woche, ne? Äh, ja, genau. Also, heute ist ja Donnerstag und dann morgen in einer Woche werde ich dann, und du wahrscheinlich auch. Ja, ich muss mich mal irgendwie beim Podstock in diese Liste, in diese Liste da eintragen. Hast du noch nicht gemacht? Ja, von wegen Helfern. Ne, habe ich noch nicht gemacht. Achso, in das Google-Doc hast du dich aber schon eingetragen, oder? In das Google-Doc, ja, aber noch nicht in die Helferliste zum Helfen. Achso, ja, gut. Das kannst du auch schon so sagen. Dafür, wir machen schon wieder Auge, wo wir doch unseren Patreon-Unterstützer und Unterstützerinnen danken sollten. Also, unsere Liste haben wir es vor uns und da danken wir dem Eike, dem Sebastian, dem Sebi, dem Nietzsche-Bua, dem Steffen, dem Martin, dem Torben, 19 Grad, Raw, Iroh, Rominger, Telegonom, Niklas, Daniel, Karsten, Christine, Meh, Markus, Manuel, Hori, Thomas, Ronald, Jochen, Ingo und dem Johannes. Vielen Dank. Ich frage mich bei 19 Grad jetzt gerade, welche Skala? Ist das der Winkel? Ich meine, wir kennen ja alle diesen Witz, ne? Ich habe mein Hühnchen bei 180 Grad im Backofen gehabt und es ist zwar umgefallen, aber es ist nicht gar geworden. Ja, steht da gerade dran. Ist das denn nicht dieser kleine Kringel der ja Celsius oder Fahrenheit? Ja, es gibt ja auch noch Rankin und diverse andere. Aber ich glaube, Kelvin wird immer mit Fußpaar angekündigt. Kelvin sind nicht gerade. Ja, genau. Kelvin ist einfach nur eine Einheit. Ja, ja. Aber auf jeden Fall herzlichen Dank. Ist das ja auch nur ein Monat. Also wir haben jetzt gerade, lass mich mal gerade nachschauen, wie viel die da, ich glaube so rund 43 Euro haben wir jetzt diesen Monat eingenommen. Obwohl wir zwei neu dazubekommen haben, sind wir noch ein bisschen zurückgegangen, weil sozusagen ein Großspender abgesprungen ist, kurz vor Ende des Monats leider. Aber ja, es ist keine Pflicht, es ist keine Pflicht, es ist freiwillig, ihr macht das alle freiwillig und wir bedanken uns auf jeden Fall. Ja, genau. Aber genau, wenn ihr das, wenn ihr sagt, irgendwie aus irgendwelchen Gründen kann ich oder will ich euch nicht mal spenden, es gibt immer so eine Exit-Survey. Also es gibt immer, wenn man gefragt wird, wenn man halt seine Spende abmeldet bei Patreon, dann wird man halt gefragt, warum. Und wenn es einfach darum geht, irgendwie ich muss Geld sparen oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Gründe, dann tragt es doch eben ein. Sonst denken wir halt immer, es ist unsere Schuld. Also einfach kurz, da kann man so ein paar, es gibt zuvor ausgeführte Fragen, müsst ihr auch nicht viel lang schreiben. Nur damit wir halt wissen, ob das jetzt unsere Schuld ist oder einfach nur irgendwie andere Umstände sind. Dann gehen wir weiter zu unserem Feedback. Da hat sich einiges angesammelt für diese Woche. Ja, und ich muss zu meiner Schande gestehen, das hatte ich jetzt irgendwie verschleppt, nochmal nachzugucken. Wer was? Die Kommentare, die gekommen sind. Achso, ja gut, das ist auch eigentlich nicht so wirklich Korrekturen. Der Oshni hat kommentiert auf Twitter, genau, was der Unterschied zwischen einem Suicide, also bei Körper-Space-Programmen gibt es den sogenannten Suicide Burn. Ah, okay. Und ob das jetzt, ob der Begriff richtiger Hover-Slam oder Suicide Burn heißt, ich glaube Hover-Slam ist so eine Erfindung von SpaceX, oder? Das haben sie sich einfach ausgedacht, also das ist kein physikalischer Begriff. Und Suicide Burn, ich glaube, das ist mehr so die Oberkategorie von Landemanövern, die so auf den, also bei denen man halt nicht schwebt. Also, Blue Origin macht halt keinen Suicide Burn, sondern die hovern ja richtig. Das ist, glaube ich, einfach so, wenn man dann halt genau zu null Metern pro Sekunde kommt, wenn man auf dem Boden aufschlägt. Beziehungsweise, ja, wenn man halt den Motor aus dem richtigen Zeitpunkt ausstellt. Und halt vor allen Dingen, dass man halt nicht tatsächlich schweben kann, ne? Also, dieses Hover, Hover heißt ja eigentlich, du schwebst, also heißen, ja, du schwebst halt, ne? Ja. Geschwindigkeit null, gleicher Abstand zur Erde für eine gewisse Zeit und dann setzt es sanft auf, was halt jeder Helikopter so macht oder was auch Blue Origin, die New Shepard Rakete gemacht hat, ne? Und der Hover-Slam ist halt, dass beides gleichzeitig passiert, dass man halt in dem Moment, wo man aufkommt, gerade diese Nullgeschwindigkeit hat, ne? Deswegen Hover-Slam. Ja, genau. Dann hat der Schubschub nochmal kommentiert, er hat uns eine Seite empfohlen, die heißt Spaceflight101. Ja, die Seite kenne ich, aber da habe ich Lisa nicht nachgeschaut. Sehr schöne Seite, danke. Ja, also es ist sehr ausführlich, mit sehr vielen schönen Grafiken, nochmal diese ganze Lisa-Mission aufbearbeitet. Habe ich jetzt auch nicht reingeschaut, bevor wir das Thema gemacht haben, aber es ist immer eine gute Informationsquelle, kann man auch nochmal reinschauen, wenn man da mehr wissen will. Dann der Sebastian hat nochmal einen Wikipedia-Artikel zu Sekundärelektronen verlinkt, wo wir beim Merkur-Thema bei BepiColombo drüber geredet haben. Sekundärelektronen stehen anscheinend bei Ionisierung von Dingen. Ja, Elektronen knallt gegen irgendein Atom und haut noch ein zusätzliches Elektronen raus und so weiter und so weiter. Genau, und dann meinte er noch, Potasche ist Kaliumkarbonat, aber das hätte er auch ohne Lehrbuch nicht gewusst. Das hatten wir uns auch letztes Mal gefragt, was Potasche versteht. Ja, weil ich halt irgendwie Potasium irgendwie, irgendwie kamen wir auf den englischen Begriff Potasium. Ja, Potasium, also Kalium ist ja Potasium. Genau. Genau, und dann kommt noch Kohlenstoff da rein. Jo. Genau, der Shaper meinte dann noch zu dem Flying Laptop der Universität Stuttgart, dass da schon noch ein kleines Satellit ist natürlich und kein richtiger Satellit, trotz der ordentlichen Ausmaße. Ich meinte das auch im Verhältnis, es ist kein CubeSat, also was man halt annehmen könnte. Es ist schon wesentlich größer, als dass man das auch in CubeSat-Einheiten messen könnte. Genau, ja. Genau, es ist halt ein Satellit, der ernsthaft Aufwand macht, den irgendwo zu verstauen und nicht hier so ein Standardwürfel 10x10x10 cm oder so. Genau, genau, der Gründer von diesem IRS meinte, kleine Satelliten zeichnen sich dadurch aus, dass sie kleiner sind als er. Ja. Genau, und der Name, also Flying Laptop kommt davon, dass man, genau, aktuelle Prozessor-Architektur unter Weltraumbedingungen getestet wird. Also, aktuelle Prozessor-Architektur heißt, also ich denke mal, ich denke mal von einem Laptop, dass man halt sich die Aufgabe gesetzt hat, wir bauen aus der Prozessor-Architektur, die man halt auch in einem handelsüblichen Laptop findet, einen Satelliten. Schätze ich mal, ja, schätze ich mal. Ja, so denke ich das mal. Vielleicht kriegen wir da auch irgendwie noch ein Interview hin, ich meine, das ist ja nicht so weit weg von mir, Stuttgart. Das wäre toll, ja. Ja, genau. Gut, dann kommen wir zu den Updates. Ja, früher oder später werde ich auch mal nach Bremen fahren und dort ein Interview machen und rechtzeitig dafür werde ich mir dann auch neue Recording-Technik organisieren, bloß damit ihr weißt, wofür eure Spenden draufgehen. Ja. Weil wir haben festgestellt, es ist alles nichts, ich brauche irgendwie ein bisschen was Professionelleres, damit das besser ging. Also, damit ihr mal so eine Vorstellung habt, um so eine gute mobile Aufnahmearchitektur aufzubauen, bräuchten wir so viel, also wir sind ja jetzt getrennt, also ein E-Garnitur, das bedeutet ein Zoom H6 mit vier Headsets, von dem wir ja schon jeweils eins haben, kostet so 430, 440. Das ist schon eine Stange Geld, ist das jetzt nicht unendlich? Muss man mal gucken, ob ich dann gerade eine H6 nehme oder so, ich muss, ich habe mich mit dem Thema noch nicht hinreichend auseinandergesetzt. Ja, das muss ich jetzt auch nicht im Podcast besprechen, aber das, also die Leute, also das ist ja immer so eine Rechnung, gut, wenn wir sagen, wir haben so, sagen wir mal, 300 Leute, die uns wirklich immer sofort und überall hören und die wahrscheinlich auch schon größtenteils Patreon-Spender sind, aber das ist jetzt genau die Sache. Wir sind jetzt bei Patreon gerade an einem Punkt, wo wir sagen können, wir können die laufenden Kosten davon gut decken, auch wenn es da halt immer Schwankungen gibt, weil halt Sachen immer auch nur einmal im Jahr abgebucht werden, aber so große Equipment-Kaufel können wir davon noch nicht stemmen, auch nicht langfristig. Ja, es muss auch nicht, es muss ja auch nicht komplett, es muss ja auch nicht komplett davon finanziert werden, ich meine, ich kann das ja auch anderweitig noch. Also schon, schon, ich nicht. Genau. Genau, also jedenfalls zur Zeit nicht, wird in ein paar Jahren wahrscheinlich auch wieder anders aussehen, aber nur damit ihr da informiert seid. Aber wir wollten zu den Updates kommen. Genau. Und da kommen wir zu den Rocket Crafters, die wir kennen aus Folge 44, glaube ich, war das, wo du mal was drüber sagst. Ist eine Weile her, jedenfalls, ja. Rocket Crafters, weißt du noch, was sie waren? Ja, das ist eine Firma, eine US-Firma, große Überraschung, die eine Rakete herstellen wollen, die eine Hybrid-Rakete ist, ich glaube mit Wachs und irgendeinem Paraffin war das und ich glaube flüssigen Sauerstoff. Ähm, nee, warte, das war ein 3D-gedrucktes Granulat, genau, und nicht bloß irgendein Wachs. Ähm, und der Punkt war einfach, die haben, die haben wohl ein Hybrid-Triebwerk damit bauen können, äh, das deutlich stabiler verbrennt als alle anderen. Genau, also hier steht, also keine giftigen Triebstoffe, äh, kein Explosionspotenzial, eco-friendly, ähm, genau, zwei, zwei bewegliche Teile in der ganzen, im ganzen Triebwerk. Äh, wahrscheinlich die, weil es halt, ja, hast halt Ventil, ne, brauchst halt Ventil, dass du aufmachen musst, was zum Anzünden. Ja, genau, also, und, ähm, das Update besteht darin, dass sie jetzt einen, ein kleines Finanzpolster von DARPA bekommen haben, also dieser, was ist DARPA genau? Ein DARPA ist die militärische, äh, ja, Forschungsabteilung. Ah, hier steht es, Defense Advanced Research Project Agency. Genau. Genau, genau, und die haben, ähm, jetzt, ähm, einen Forschungsauftrag im Wert von, äh, einer guten halben Million, äh, Dollar an Rocket Crafters vergeben, um eben diese Hybrid-Rakete zu entwickeln. Eine, genau, Large-Scale Hybrid-Ads. Zumindest einen Test, einen der einen Testdingens zu bauen. Aber halt, was relativ, was relativ, was relativ klein ist. Ja, gut. 5.000, ja. Sie sagen, 5.000 Pfund Schub, äh, das sind, das sind so ein bisschen mehr als zwei Tonnen Schub. Nicht übermäßig, das entspricht so ungefähr der Größenordnung, die du in der Oberstufe von der Elektron-Rakete hast, aber, naja, was in der Größenordnung wird so sein, ne? Ja, genau. Ähm, es wird, es ist ja auch mehr so eine Anschubfinanzierung, denke ich, jetzt mal für Rocket Crafters. Ja, also, äh, DARPA gibt ja in den USA in allen möglichen Ecken, äh, Geld raus, insofern die dort irgendwo eine militärische Verwendungsmöglichkeit sehen, in irgendeiner Art und Weise. Ja, ähm, das andere Update, was wir haben, ah, genau, äh, was Kleineres, äh, SLS, äh, also das Space Launch System, was ja die NASA grad baut, äh, hat jetzt neue Rallye-Streifen bekommen, also hatte ja, hatte ja in den, in den Render-Grafiken, die halt immer so rumgereicht wurden, immer so sehr fesche Rallye-Streifen und das hat sich jetzt geändert auf einmal. Ja, die sind weg, die sind nicht mehr so schön, so schön geschwungen, sondern man hat jetzt so ein, so ein ganz billiges Testmuster aus irgendwie schwarzen Blöcken da drauf gemacht, wie man's halt schon kennt. Ja. Und, ja, weiß nicht, wie sinnvoll das ist, ich meine, also, äh, im Prinzip brauchen die, ich meine, die, die wollen das haben, damit sie irgendwie so, äh, das bei Filmaufnahmen halt nutzen können, um irgendwie, äh, zu zeigen, ähm, äh, welche Abstände das sind, ob das rotiert, bla bla, alles sowas halt. Aber im Prinzip brauchen die dafür bloß irgendein Muster, das, äh, guten Kontrast liefert und, äh, das muss nicht unbedingt so ein lineares Blöckchenmuster sein. Ich meine, heutzutage kannst du alle Verzerrungen und so weiter aus, äh, rechnen mit einem einfachen Computerprogramm. Ähm, von daher würde ich denken, Mensch, hätte da mal irgendwie bei einem 60-Milliarden-Dollar-Projekt irgendwie zwei, drei, tausend Dollar, äh, einem Künstler in die Hand gedrückt und gesagt, du, äh, mach dir mal Spaß für ein, zwei Wochen und denk dir was aus, das viel Kontrast hat und, äh, trotzdem noch gut aussieht. Ja, aber wozu? Ich meine, so eine Rakete soll ja kein Designpreis geben. Weil's besser aussieht, weil's besser aussieht, weil's halt verschwindend gering ist. Ja, gut, äh, Special hat man dann gar nicht mehr angemalt. Also den Tank. Ja. Aber war dann halt auch sehr ikonisch, also, dass dieser orangenen Tank war dann doch ein sehr ikonisches Merkmal des Special Shuttles von dem her. Jo. Ja, also. Nee, aber irgendwie so, so als Begründung fand ich das doch jetzt etwas merkwürdig. Vielleicht kommen die ja wieder, wenn, wenn dann die Testschlüge vorbei sind. Ja, wer weiß. Was ich noch vergessen hatte, es wurde mal wieder eine Minuteman-3-Rakete. Ah ja, stimmt, äh, jetzt kurz vor dem Jahrestag von Hiroshima. Genau. Ähm, irgendwo, ich, war hier noch ein Video. Ah ja, okay. Ich geb dir mal den, den Tweet dazu. Ja, wir werden ihn dann in den Journalen verlinken. Vector Space Systems. Das waren ja die, die, wo du ja ziemlich, waren das die, wo du so enttäuscht warst? Ja, da war ich etwas enttäuscht, weil irgendwie die, die Ankündigungen, die die rausgegeben hatten, bis dann relativ konkrete Dinge rauskamen. Äh, naja, also es hieß halt Testflug von irgendeinem, wie einem frühen Prototypen und, äh, man denkt ja bei einem frühen Prototypen dann doch schon dran, naja, okay, es ist ein Prototyp. Und da werden schon wesentliche Teile dabei sein, die, äh, dann auch an der endgültigen Rakete dabei sein werden. Und, naja, letzten Endes hatte man da immerhin ein Triebwerk, das so ähnlich, äh, sein wird wie das, was man am Ende für die echte Rakete benutzen wird. Äh, der ganze Rest von der Rakete hatte praktisch überhaupt nichts damit zu tun. Äh, da war noch kein Leitsystem dabei, da war noch, äh, keine Schubvektorsteuerung dabei, da war keine, äh, keine ordentliche Bordelektronik dabei. Die Tanks sind aus Aluminium, die sollen irgendwann mal aus, äh, aus, aus, ähm, Kohlefaser sein und, äh, alles sowas halt. Ähm, ja, jetzt haben die ihren zweiten Start probiert und, äh, so wie es heißt. Heute Nachmittag, heute Abend. Heute, ja, ja, das war vor ein paar Stunden, äh, und, ähm, ja, ist wohl gut verlaufen, mehr oder weniger, und, äh, da hatten sie immerhin eine Schubvektorsteuerung schon dabei, aber der Rest war wieder gleich. Ähm, wie gut die Schubvektorsteuerung funktioniert hat, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie das Flugprofil aussehen sollte, weil, ähm, die Rakete ist gestartet und hat dann an einem ganz bestimmten Punkt, äh, ja, ist die plötzlich in den Winkel weggeflogen. Ich weiß nicht, ob das geplant war oder nicht. Also, wenn's geplant war, dann, also, kann das ja schon, äh, schon ein Zeichen sein, dass sie die Schubvektorsteuerung halt wirklich getestet haben, sonst ist es halt schiffgegangen. Genau. Ja, ich weiß es halt nicht, ist sehr gut möglich. Ja, sie meinten halt nur Start ist sukzessvoll, aber halt wie jetzt der Flug verlaufen ist, da, äh, beschweigen sie sich ja grad. Und, ähm, das Ding fliegt halt immer bloß ein paar Sekunden, von daher, wenn man da ordentlich was testen will, ist es schon gut möglich. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich, ich weiß es halt nicht, es wurde vorher nichts gesagt und ja, ähm. Das ist ja auch jetzt Block 0,002, was sie da angeben. Ja, äh, als die am, den allerersten Flug angekündigt hatten, war das noch nicht so. Das war irgendwie alles noch etwas, etwas sehr viel konkreter. Die wollen dann irgendwann noch, also, die wollen bis nächstes Jahr irgendwie noch diverse Testflüge durchführen, äh, die dann so sukzessive immer, immer mehr aufbauen auf dem, was sie jetzt schon haben. Also, schlecht ist es nicht, aber ich war halt irgendwie damals echt irgendwie enttäuscht. Ja, vielleicht, vielleicht packen, also, dass sie jetzt schon ihren zweiten Start machen und ich glaub, äh, dann haben sie nächste Woche auch noch ein, äh, oder schon diesen Freitag, ein, ein Triebwerkstest, meinten sie, in der Nachbesprechung. Also, es zeigt ja, dass sie, dass sie auf jeden Fall vorankommen. Ja. Ja, auf jeden Fall, also, vorankommen tun sie, äh, wie gesagt, ich war halt bloß damals irgendwie ziemlich enttäuscht. Ja, das, das, äh, das darf's auch sein. Aber jetzt kommen wir jetzt, kommen wir zu den Themen endlich, oder? Hast du noch was? Ich hab nix mehr. Ja, okay. Dann, äh, ja, Thema, äh, wir, wir meinten schon in der Vorbesprechung, äh, eigentlich wollten wir nicht mal SpaceX so ein großes Thema machen, äh, aber wir kommen ja jetzt mal wieder. Und jetzt schlecht drumherum. Ja. Es war wieder irgendeine größere Veranstaltung gewesen von SpaceX. Ich weiß gar nicht, war das von SpaceX, war das so eine Konferenz, wo. Ja, das war die, äh, ISS Research and Development Conference. Genau. Also, wo alle. 2017, sorry. Alle Leute zusammenkommen, die irgendwas für die ISS entwickeln und, äh, researchen. Genau. Und, äh, da war SpaceX dabei und, äh, relativ kleinlaut für ihre Verhältnisse. Im Gegensatz zu, ähm, Herrn Bigelow von Bigelow Space Systems, ich weiß gar nicht mehr, Robert Bigelow oder so. Ja, so heißt der. Der war relativ, relativ vollmundig. Ja, gut, aber dem, äh, der, äh, ja, gut, ist halt. Ja, er hatte so einen merkwürdigen Comic da, äh, mit Mars-Besiedelung und, ach, Hilfe, die Chinesen kommen und, äh. Ja, der, der, der Bigelow ist doch so ein, so ein Trump-Supporter. Äh, auch, ja. Ja, ähm, naja, also Elon Musk, äh, hat doch sehr, hat doch ein paar Sachen jetzt wieder zurücknehmen müssen. Ja, oder, was heißt zurücknehmen müssen, aber er hat sich nochmal korrigiert, was ein paar Sachen sind, die jetzt in der Zukunft passieren. Ja, ähm, also zum einen hat er ganz klar gemacht, also Falcon Heavy Entwicklung war sehr viel komplizierter, als sie gesagt haben, als sie gedacht hatten anfangs. Deshalb hat's einfach so lange gedauert. Mhm. Äh, soll ja jetzt demnächst kommen, äh, ich hab was gelesen von November, glaube ich. Also, äh, ist definitiv die verschobenste Rakete von SpaceX. War ja angekündigt für 2011, glaube ich. Ja, gut, aber jetzt haben sie sich schon mal auf einen Monat geeinigt, das ist ja schon mal was. Das ist schon mal was, ja. Äh, äh, zuletzt war es ja das Quartal, ne, das war ja irgendwie zweites Quartal. Dein drittes Quartal, irgendwie Late Summer oder so hieß es. Naja, gut, Late Summer, äh, November, hm, es ist schon fast frühe Sommer auf der Südhalbkugel. Aber naja, es wird kommen. Ähm, was sie definitiv nicht haben werden, äh, ist eine, eine Dragon Kapsel, die mit Triebwerken landet. Äh, du springst jetzt, also das hat jetzt nicht mehr... Ich springe jetzt, ja. Genau. Ja, die Falcon Heavy ist ja mehr oder weniger, mehr oder weniger ausdiskutiert. Ja, genau. Also, die Sache geht es so... Haben wir so oft schon drüber gesprochen. Ja. Ja, sie wird jetzt etwas mehr Leistung haben, sie wird 65 Tonnen tragen. Aber war es jetzt nicht auch, dass du zum ersten Mal gesagt hast, dass es keine Fullscale Falcon Heavy sein wird? Nö. Nö. Wird schon eine Fullscale Falcon Heavy. Ja, ja, das, du hast, äh, du hast das verwechselt mit dem, äh, mit der, äh, also der, der großen, der, der Big Falcon Rocket. Ah, okay. Ja, gut, die ist ja noch, äh, die wird dann 2300 oder so fliegen. Naja, das nicht, also so spät nicht, aber, äh, auf jeden Fall hatten sie gesagt, also ursprünglich im letzten Jahr bei der, bei der Konferenz haben sie dir ja vorgestellt und, äh, da hatte sie noch 42 Triebwerke, sollte ungefähr demzufolge um die 10.000 Tonnen wiegen. Ähm, und jetzt heißt es, naja, ungefähr halb so groß. Okay. Ja, gut, jetzt frage ich mich auch gerade, wie, 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 will man eine, eine kleinere Falcon Heavy bauen? Das sind ja, da müssen sie ja eine kleinere Falcon 9 Version bauen, das ist ja alles auch irgendwie nicht so sinnvoll. Genau, ähm, die konkreten Pläne, wie das dann aussehen soll, äh, sollen im September auf irgendeiner Konferenz vorgestellt werden. Äh, ich hab's jetzt grad nicht mehr am Kopf, welche das war. Von der Big Falcon Rocket? Genau, ja. Okay. Ja, also. Deswegen hab ich, hab ich mich da auch nicht weiter drüber ausgelassen, weil ich mir gesagt hab, äh, ich warte ab, bis da was ganz Konkretes kommt. Okay, also die, die Falcon Heavy, äh, November 14 starten. Und jetzt geht's um den sogenannten Red Dragon, also den Mars Frachter. Genau, der wird auch gestrichen werden. Ähm, und das hat, äh, sehr viel damit zu tun, dass die Dragon Raumschiffe nicht mehr mit, äh, mit, äh, Triebwerken landen sollen. Äh, weil Elon Musk gesagt hat, wir haben da eine bessere Möglichkeit gefunden, um die, oder, ja, überhaupt, also eine Möglichkeit gefunden, wie man auf dem Mars landen kann. Äh, äh, entweder fand er das so umständlich oder irgendwas, irgendwas hat ihm da jedenfalls nicht dran gefallen, an dem, was sie bis dahin hatten. Äh, dass man gesagt hat, man hat, äh, Triebwerke an der Red Dragon, also an dem Marslander, hat rechts und links dran und, äh, bremst damit, äh, gegen die Flugrichtung ab. Sondern irgendwas will man anders machen. Was genau, hat er nicht gesagt. Aber das jedenfalls nicht. Und der Plan war ja früher, dass man genau diese Architektur, die man für die Marslandung nimmt, äh, auch für die Landung auf der Erde nimmt. Und, äh, naja, nachdem das, äh, auf, für die Marslandung praktisch weggefallen ist, äh, und die NASA, äh, ohnehin ein Problem damit hat, äh, mit, äh, Triebwerken auf der Erde zu landen. Und, äh, ja, hat man halt gesagt, okay, wir landen ganz normal, äh, mit Fallschirm im Wasser. Im Prinzip hätte man immer noch die Möglichkeit, mit Triebwerken zu landen. Aber, äh, halt ohne Landebeine, weil die Landebeine hat man da nicht und, äh, ja, zertifiziert ist dafür auch nicht und, äh, fertig. Die Triebwerke sind trotzdem noch dran, äh, weil die sind ja als, als Fluchtsystem vorgesehen. Launch-Apport-System, genau. Genau. Ähm, ja gut, also ich kann das schon verstehen, es geht, ich glaube, es geht auch darum, dass man dann da keine Menschen reinstecken will, weil dann die Voraussetzungen für diese Triebwerke ja nochmal viel höher sind. Ähm, nee, da will man ja, da will man ja rein, Menschen reinsetzen. Ja, aber nicht, nicht mit Powered Landing. Genau, ja. Weil, ähm, ich meine, das ist ja, das ist ja, der Unterschied ist ja zwischen Fallschirm und Triebwerk ist ja, ein ist ja ein aktives System, das andere ist ein passives System. Und so ein aktives System ist die Ausfallwahrscheinlichkeit wesentlich höher als beim passivsten System. Das, äh, muss ich zeigen. Naja, also so ein Fallschirm hat ja wesentlich, also versagt ja wesentlich, äh, seltener als ein Triebwerk. Ja, aber kommt halt trotzdem vor. Ja, aber halt nicht so oft. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie Fallschirm ist für mich irgendwie so ein, hä? Äh, äh, es ist, funktioniert meistens, aber es ist halt so ein, es ist halt letzten Endes bloß so ein Fetzen, der an ein paar Schnüren hängt. Ja, besser als, als irgendwie so ein Triebwerk, was konstant funktionieren sollte. Ja, es Druck gefördert, brauchst bloß ein Ventil, das funktioniert. Ja. Also haben wir ja bei Juno gesehen, wenn Ventile nicht funktionieren, dann ist halt hier Land unter. Genau, ja. Ja, äh, ich weiß nicht, also das ist, das ist nicht sehr rational in dem Fall, okay? Das ist einfach nur so ein, äh, gefällt mir nicht. Okay, dir gefällt es erst nicht. Okay, also kein Red Dragon mehr, haben sie schon irgendwas zu den alternativen Marsplänen gesagt? Ich meine, die wollen ja 2024 dorthin fliegen, oder? Die haben gesagt irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Ja, okay, wir haben, was haben wir denn für Techniken bisher gesehen? Fallschirme und, äh, Airbags. Äh, und, äh, äh, halt hier die, ja, letzten Endes dieses, dieses, diesen Raumgleiter, der dann halt dieses, äh, Spaceship sein sollte, dieses ITS. Nee, ich meine, was haben wir gesehen an Landemöglichkeiten auf dem Mars? Ach so, äh, ja, hm, ja, das gehört ja dazu, ich meine, das Ding würde ja, das Ding ist ja auch in die Erdatmosphäre geflogen mit Hitzeschutzschild und so aerodynamischen Flächen, die dann helfen beim Abbremsen. Nee, nee, Frank, lass mich verstanden, lass mich verstanden. Okay. Also, wir haben bisher gesehen, irgendwie Curiosity ist mit dem Skycrane gelandet. Ach so, tatsächlich, okay. Ja, genau, das meine ich, was, was hat bisher funktioniert. Wir haben den Skycrane, der ist halt immer so, wie, wie viel waren es? Seven Minutes of Hell? Ja, ja, irgend sowas. Und, äh, wir haben, ähm, hier, wie, wie hieß er, äh, Sojourner, nee, ähm, der, der. Ja, ja, äh, äh, das war Pathfinder und Sojourner war der kleine Rover. Die sind mit, äh, mit Airbags gelandet, oder? Ja, genau. Genauso wie davor auch, äh, blödsinn, danach auch Curiosity und Opportunity. Ähm, die sind alle mit Airbags gelandet. Genau. Nee, Opportunity. Die Beagle 2 übrigens auch. Curiosity ist doch mit dem Skycrane gelandet. Nö. Äh, Curiosity, ja, aber Opportunity und Spirit nicht. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Und, also, das sind ja die Möglichkeiten, die man hat. Und ich glaub, komm, dass sie Airbags nehmen wollen. Davor hatte man noch, äh, gehabt, die klassische Landung mit Raketentriebwerken. Bei was? Halt ohne Crane. Äh, na, bei den, bei den Viking-Ländern. Ah, okay. Ja. Weil die sind ja auch irgendwie runtergekommen. Äh, Viking und, oh, was waren die anderen? Mariner? Und natürlich, äh, Mars 3, nicht zu vergessen. Ja. Die russische. Ja, aber man hat halt, du musst auch überlegen, man hat halt noch nie ein Powered Landing mit Menschen an Bord versucht. Bis halt auf den Mondland. Äh, auf den Mond schon. Ja, gut, auf den Mond hast du auch 16. Ansehungskraft. Ja, dort hast du ein Drittel. Also, es ist ein bisschen mehr als das Doppelte. So viel ist es nicht. Ja, aber, ja, gut. Und die Atmosphäre hilft im Prinzip nur. Ja, schauen wir mal. Beim Anfang. Wir werden sie dann noch miterleben, hoffentlich. Ja, hoffentlich, ne? Erste Person auf dem Mars. Ja, könnte eine Weile brauchen noch. Aber wird werden. Ja, 2050. Bin ich da zuversichtlich. Jo. Hat er noch was gesagt, der Elon Musk? Nichts, an das ich mich jetzt spontan erinnere. Er hat sicherlich noch einiges gesagt. Ansonsten ist, also wie gesagt, ich hab halt im Wesentlichen mitgenommen, dass die Entwicklung, ja, also dass die konkreten Pläne dann auf der nächsten Konferenz präsentiert werden. Und dann hab ich mir gesagt, ja, okay, zeig mal. Aber, äh, ja, es ist wichtig, die, die Mars, die, die Red Dragons sind abgesagt. Die Big Falcon Rocket wird deutlich kleiner. Äh, was ich ja irgendwie am Anfang schon gesagt hatte, also, äh, bevor man sowas ganz Großes baut, muss irgendwie nochmal was Kleineres her. Aber wird deutlich kleiner, aber die wird dann wieder größer, oder? Oder bleibt die dann so klein? Äh, das muss man abwarten. Äh, so wie ich das verstanden habe, ist das im Wesentlichen, äh, erstmal notwendig, um, um das überhaupt finanzieren zu können. Ich schätze mal, er hat das präsentiert und hat so gehofft, ein bisschen, dass irgendwie, äh, große Begeisterungsstürme losbrechen und er da auf irgendeine Art und Weise, äh, an bessere Finanzierung kommt, als es jetzt tatsächlich gekommen ist. Naja, aber sie haben jetzt noch eine neue Finanzierungsrunde bekommen. Ja, aber nicht in der Größenordnung. Okay, also hätten sie sich da mehr auch... Also keine zehn Milliarden, um mal eben das Ding zu entwickeln. Achso, ja, gut. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ich glaub, ich glaub, die... Also glaubst du, dass SpaceX-Rat-Geldschwierigkeiten haben? Nee, oder? Ja, halt nur, also nur in Bezug darauf, dass sie halt nicht diese ganz große Rakete mal eben so noch anfangen können zu entwickeln, ne? Ja, gut, ich glaub, wenn die da ein bisschen... Also die sagen ja sowieso, zur Zeit ist das, äh, irgendwie sind ein paar Leute damit beschäftigt und nicht allzu viele, äh, weil die haben erstmal ganz andere Probleme. Also beziehungsweise ganz andere Dinge, mit denen sich... SpaceX hat ja mehr so theoretische Geldprobleme. in der Sache halt, wenn wir jetzt unendlich viel Geld hätten, dann könnten wir morgen diese Rakete entwickeln. Aber sie haben ja praktisch, läuft ja das Geschäft, bis jetzt ist noch keine Rakete explodiert dieses Jahr. Sie haben schon mehr Raketen gestartet als in allen anderen Jahren davor. Genau. Ähm, es ist ja mehr so, da gab's ja mal vor ein paar Monaten auch vom Wall Street Journal diesen Bericht, so, sie wollen so und so viel Satelliten starten, um das zu finanzieren. Was halt irgendwie so eine utopisch hohe Nummer war, die halt nicht funktioniert. Oder nicht so funktionieren wird. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so angekündigt war. Ich glaub, die hatten da was missverstanden, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall. Ist zu lange her, ich weiß, ich weiß nicht mehr. Ich hatte es bloß mal irgendwie so halb überflogen. Äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob wie das war. Ja, auf jeden Fall, ähm, denke ich, dass, äh, es waren ja schon wieder diese Unkenrufe auf Twitter, so, ja, hier, der Alien, der erzählt wieder Science Fiction. Ja, also Science Fiction war es nicht. Ähm, der war, also, wie gesagt, also in der, äh, in dieser Konferenz war, war es definitiv, was von ihm kam, sehr viel gesetzter als das, was man, äh, erstens üblicher, weil es von SpaceX gehört hat und zweitens, äh, auch sehr viel gesetzter als alles, was von anderen kam, die dort waren. Also, die anderen haben da doch deutlich mehr auf die Pauke gehauen. Hat gerade Robert Bigelow. Ja, ich weiß gar nicht, warum auch, also, äh, ja, Alien hat jetzt halt diesen, äh, auch so Mainstream-Celebrity-Status finden. Also, Robert Bigelow kennt halt niemand außerhalb der Raketen-Szene. Ja, und vielleicht bei ein paar Hoteliers. Ja, genau. Und, aber, weißt du, so, wenn Elon Musk spricht, dann hören halt alle hin. Hat ja auch gesagt, bei der nächsten Konferenz, äh, werden dann die Fragen, äh, für die, äh, Q&A-Session am Ende, äh, werden die Fragen vorher eingesammelt. Und, ja, das ist, das ist eine weise Entscheidung. Eine weise Entscheidung, ja. Nicht, dass noch jemand seinen Comic pitchen will. Ja, ach, das war auch da schon so. Also, irgendwie jeder Zweite, der da eine Frage gestellt hat, hat als allererstes und in großer Ausführlichkeit erst mal gesagt, wer ist, was für eine Firma er besitzt und was er verkauft. Und hat dann hinterher noch so alibimäßig irgendeine komische Frage rangehängt, die eigentlich, äh, irrelevant war. Ja. Äh, es ist echt. Ja, es ist schlimm. Es ist, es ist echt schade, weil das halt heißt, äh, wenn die, wenn die Leute nicht irgendwie die Disziplin haben, so ein Bullshit rauszulassen. Ja, da sitzen ja auch meistens Leute da, die wirkliche Fragen haben, die dann gar nicht drankommen. Genau, ja. Aber er antwortet ja auch manchmal auf Twitter, also so ist es ja nicht. Ja. Hat sich jetzt noch nicht mit, äh, hast du das gesehen, mit Mark Zuckerberg irgendwie gestritten? Ich hab jetzt gelesen, äh, Mark Zuckerberg hat irgendwie den dritten, äh, irgendwie Wahlkampfexperten angestellt oder sowas? Ja, der, der vermuten ja gerade alle, dass er jetzt, äh, 2000, ähm, das nächste war jetzt 2020, äh, als Präsidentschaftskandidat antreten will. Äh, weißt du, irgendwie 2016 war das große Ding als Milliardär noch zu sagen, hey, ich baue eine eigene Rakete und fliege zum Mond. Ach ja, äh, und, und Elon Musk hat jetzt auch was von, von Mond gesagt, also sehr viel mehr über Mond gesprochen. Ja gut, da schauen wir mal wieder diese Operation Tourist, äh. Genau, äh, und die hatte, äh, da hat er aber auch klar gesagt, äh, NASA hat erstmal Vorrang. Also die Flüge zur ISS und die bemannten Flüge da, das hat Vorrang. Mitte nächsten Jahres soll das ja dann passieren, oder? Äh, ja, es hieß ja. Ja, ja, aber die, die Touristenflüge hießen ja bis Ende 2018, aber da hat er halt ganz klar gesagt, äh, das kommt, wenn's kommt. Ja. Mehr oder weniger, ne? Ja, jetzt schauen wir mal. Genau, aber er hat auch irgendwie gesagt, irgendwie, äh, äh, wenn man irgendwie einen großen Radau oder sowas machen will, dann, äh, äh, also ein cooler Junge sein will, dann sagt man, man fliegt zum Mond. Und irgendwie, äh, äh, es kam mir so ein bisschen vor wie, äh, Mars vielleicht doch jetzt nicht mehr ganz so sehr, vielleicht will er jetzt doch lieber erstmal zum Mond. Ich find's ja, ich find's ja, ich find's ja spannend, dass da, irgendwie so, so ist das ein bisschen angeklungen. Dass der Jan, also, wir überlegen, vor einem Jahr war das ja mit dem Mond noch nicht so geil. Und dann kam ja Jan Wörner mit seinem, ich weiß gar nicht, wie lange er die Idee mit diesem Moon in Village schon propagiert. Ja, das war ja auch davor schon hier mit SLS und so weiter, da kam ja auch der Mond ins Gespräch. Ja, aber ich hab so das Gefühl, dass. Und Chinesen machen ja auch einen auf Mond. Ja, aber dass Jan Wörner so der Erste war, der so gesagt hat, wir müssen hier eine coole Mondbasis aufbauen. Und dann, dann, damals ist es noch, ja, ja, hier, Mars ist doch jetzt das Coole. Und auf einmal drehen sich alle wieder Richtung Mond. Also, kann man schon dem Jan Wörner zugestehen, dass er da den richtigen Riecher hatte? Ja, okay, mindestens den richtigen Riecher hat er. Ich weiß jetzt nicht, ob er so die Galleonsfigur da war. Aber, ähm, auf jeden Fall. Ich glaub, will er auch gar nicht sein, aber er will, er ist ja, dieses Moon Village ist ja mehr so eine PR-Idee. Das ist ja, wie er mal betont, nichts, was die ESA jetzt konkret verfolgt, sondern so, hey, hier, Mond ist doch eine ganz, äh, macht ja im Grunde Werbung für den Mond, nicht für die ESA. Es geht um die, um die Koordination halt. Einfach zu sagen, hey, wir sollten mal hier zusammenarbeiten auf der Erde. Äh, so als, als, äh, wir als Raumfahrtorganisation, unser kleines Dorf der Weltraum, der Raumfahrtorganisation der Erde, könnten uns doch mal zusammentun und, äh, planen, wie wir zum Mond kommen. Das ist ja so die, die Idee vom, vom Moon Village. Also, dieses Moon Village ist nicht etwa auf dem Mond, sondern auf der Erde. Da ist, auf der Erde ist dieses Dorf, das eine Rakete bauen soll und Pläne machen soll, um zum Mond zu kommen und dort eine Station zu bauen. Ich glaub, so, so war die Idee. Ja, aber, äh, ich glaub, das war's jetzt so SpaceX, oder? Ja, wie war man jetzt da hingekommen? Ja, wie gesagt, ne, letztes Jahr war noch so cool zu sagen, hey, ich, 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 als Milliardär, äh, baue ich eine eigene Rakete und flieg ins Weltall. Und seit Trump, äh, ist das irgendwie, hey, ich werd Präsident. Ja, also, ich glaub nicht, dass Elend jetzt Pläne hat, Präsident zu werden. Das noch nicht, nee, aber es gibt, es gibt ja jede Menge, äh, andere Milliardäre in den USA. Ja, jetzt, Jeff Bezos war ja für fünf Minuten mal der reichste Mann der Welt. Ja. Der macht ja, also, wie gesagt, äh, warten wir's mal ab, warten wir's mal ab, also, äh, irgendwie, ich hab das Gefühl, das wird jetzt in den nächsten paar Jahren, äh, gut, hängt jetzt ein bisschen davon ab, ob es ein Impeachment-Verfahren gegen Trump irgendwann endlich gibt. Und wenn der, wenn der durchhält, ich glaub, dann sehen wir beim nächsten Wahlkampf in den USA eine Parade von Milliardären. Die alle Trump stürzen wollen, oder wie? Nee, die alle selber Präsident werden wollen. Ja, was ja dann, äh, bedeutet Trump stürzen. Äh, ja, das auch. Aber kommen wir, kommen wir zurück zur NASA. Und da hast du was zum Thema nukleare Triebwerke. Ja, ähm, das ist jetzt, äh, wirklich Zufall gewesen. Ich war wirklich so, äh, anderthalb Stunden vor, Aufzeichnungsbeginn, sozusagen, ist mir da was durch die Twitter-Timeline geflogen. Ähm, nämlich, dass die NASA einen Auftrag vergeben hat an eine Firma, deren Namen mir jetzt grad entfallen ist. Äh, hier steht, äh, BWXT Nuclear Energy, heißt die Firma. Okay, die sind's. Der Titel, der Titel des, des Artikels heißt NASA Contracts with BWXT Nuclear Energy to Advanced Nuclear Thermal Propulsion Technology. Genau. Okay, also, die Firma jedenfalls, äh, hat jetzt den Auftrag gekriegt, ähm, ja, die, praktisch die Brennelemente zu entwickeln und herzustellen, also, zu entwickeln. Insofern, die Technik ist jetzt schon relativ klar, was die machen wollen, äh, aber halt fertig zu entwickeln, äh, um die benutzen zu können für so einen Reaktor, für ein, äh, nukleares Triebwerk, worüber wir uns ja schon unterhalten hatten. Ähm, und, äh, das Interessante ist, es gibt jetzt, äh, entsprechende Papers dazu und, äh, Pressemeldung dazu und, äh, relativ klar wird, was für eine Technik die benutzen wollen. Also, das Uran, das sie benutzen, äh, ist niedrig angereichertes Uran, äh, da gibt's, dafür gibt's zwei Definitionen, die eine Definition ist 5%, die andere ist 20%, ähm, die 20% ist, äh, lässt sich definitiv noch nicht für eine Atombombe benutzen und die 5% ist, äh, lässt sich definitiv noch nicht als, noch nicht als, äh, sonderlich nützliches Material zur weiteren Anreicherung benutzen, äh, irgendwie sowas. Also, äh, ja, jedenfalls niedrig 20% angereichertes Material soll's sein oder unter 20%, also kann's dann von 19,95% oder sowas in der Richtung ausgehen. Ja, wie's halt so ist, ne, also diese unter 5% sind auch immer so 4,95%, also, naja. Gebaut werden sollen die Dinger aus Cermet, äh, Cermet heißt, äh, Cermet kommt von Keramik, also Ceramik und Met, Metall und ist ein Verbundswerkstoff, ähm, das heißt, äh, die Keramik ist einfach, ähm, Uranoxid, was letzten Endes die Keramik ist, so kleine Kügelchen aus Uranoxid, was dann der eigentliche Brennstoff ist und die werden dann in, äh, Wolfram eingelassen. Und das wird, glaub ich, nicht, äh, nicht, ähm, einfach in ein geschmolzenes Wolfram reingebracht, sondern es wird beschichtet mit, äh, mit, ähm, Chemical Vapor Deposition, also, äh, chemischen Dämpfen, die dann halt so drauf gedampft werden. Äh, äh, ich glaub, irgend sowas wie Wolfram Chlorid und das wird dann nochmal mit irgendwas, irgendwas kommt noch drauf, dass das Chlorid weggeht und nur noch Wolfram übrig bleibt. Ähm, äh, äh, ja, das Resultat ist jedenfalls, dass man kleine Kügelchen aus Uranoxid hat und ringsrum metallisches Wolfram, was relativ hitzebeständig ist, was auch relativ gut mit dem heißen Wasserstoff, äh, Gas auskommt. Und daraus kann man dann, äh, sozusagen Brennstäbe bauen. Und Brennstäbe ist hier in, äh, in Anführungsstrichen zu sehen, weil, äh, das sind eigentlich so sechs kantige Prismen, in denen, äh, ja, so längliche Löcher drin sind. Und, äh, und diese länglichen Löcher, durch die fließt dann der Wasserstoff und, äh, wird dann halt durch die, ja, durch dieses heiße Teil halt aufgeheizt. Das ist so der Plan, ähm, ich hab ein Paper verlinkt, in dem man das sich angucken kann, wie das genau aussieht im Einzelnen. Ähm, sieht letzten Endes aus wie ein Wärmetauscher. Also, jeder, der schon mal einen Wärmetauscher gesehen hat, äh, der weiß, wie so ein Ding aussieht, halt, äh, Stück Metall mit vielen, vielen Löchern drin. Sieht aus wie gebohrt, aber gebohrt sind die nicht. Ähm, die haben jetzt bis jetzt noch keine aus Uran gebaut, sondern, ähm, ja, anstatt von Uran haben sie halt irgendwas anderes benutzt, sowas wie Zirkoniumoxid oder, boah, ich glaub, Tuliumoxid oder irgend sowas. Jedenfalls irgendwas, das so ähnliche Eigenschaften wie Uranoxid hat, um's halt mal zu testen. Hundertprozentig geklappt hat das noch nicht. Äh, die hatten ja ein, ein Element gezeigt, äh, das dann diverse Risse gezeigt hat, nach drei Stunden Betrieb und acht Zyklen, was halt so eine, ähm, zwei, was zwei kompletten Mars-Missionen entsprechen würde. Aber ist immerhin was. Die Technik ist ein halbes Jahrhundert alt, so an sich. Also, vor einem halben Jahrhundert hat man das das erste Mal gemacht. Mhm. Damals allerdings noch nicht mit Wolfram, sondern mit, äh, Kohlenstoff. Und, äh, hatte damals allerdings das Problem, nee, Moment, damals hat man das mit Kohlenstoff gemacht, aber man hatte das mit Cermit schon geplant gehabt. Hat das auch ausprobiert und hat festgestellt, naja, wenn man Betriebsdauern hat von irgendwas um die 180 Stunden, geht ungefähr ein Prozent von dem Uran, äh, also dem Brennstoff, äh, verloren. Aber, ich sag mal, äh, nicht bei den ersten drei Stunden oder was man braucht, um, äh, um zwei Mars-Missionen zu fliegen. Mhm. Also, du meinst, das würde dann theoretisch bedeuten, dass man, wie bei, äh, Gemarschen, äh, so ein Schiff hat, was man halt für mehrere Mars-Missionen konstruiert und was dann halt immer auf der Erde, also im Erdorbit oder Mars-Orbit gepackt wird und dann hin und her fliegt. Genau, und aufgetankt wird. Genau, und da würde man dann diesen, äh, nuklear, thermisch-nuklearen Antrieb einbauen. Genau, den wird man dort einbauen und, äh, ja, der Reaktor ist drin, wird dann bloß der Tank wieder aufgefüllt und, äh, ab geht's. Das ist, äh, praktisch. Genau, äh, weil wahrscheinlich dürfte, dürfte halt, äh, das Uran darin, äh, für einige Missionen reichen. Und stört auch da oben niemanden. Äh, nicht allzu viele Leute, nee. Ja, die Idee, also das Vorteil ist, man muss es halt wirklich nur einmal hochbringen und die... Ganz wichtig ist, äh, das Ganze muss dann natürlich, äh, in einem Orbit sein, äh, also bevor man das, das Triebwerk erst mal benutzt, muss das von Anfang an im Orbit sein, äh, in dem es garantiert nicht auf die Erde runter stürzt. Äh, ist natürlich ein Problem, weil wenn du wieder zurück zur Erde fliegen willst, dann musst du irgendwie abbremsen. Und du wirst, äh, mit Sicherheit nicht mit diesem Triebwerk abbremsen, sondern mithilfe der Erdatmosphäre. Soll heißen, du kommst dann definitiv der Erde wieder etwas näher. Äh, also soll heißen, man sollte sich doch vorher sehr, sehr sicher sein, dass dabei nichts schief geht. Oder wenn was schief geht, dass das dann, äh, irgendwo über den Pazifik schief geht und nicht über bewohnten Gegenden. Ja, das ist klar. Ich meine, klar, die, die Reaktoren werden natürlich verkapselt, sodass die auch im Wiedereintritt, äh, überstehen können und sind ja insgesamt sehr hitzebeständig. Logischerweise, die sollen ja extreme Hitze erzeugen können, ne. Ähm, aber, äh, sollte halt trotzdem nicht irgendwie gerade, wenn irgendwas schief geht, auf eine Millionenstadt, äh, drauf stürzen. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ja, ganz aus Versehen fällt das auf Nordkorea, konnten wir ja nicht wissen. Tja, problematisch wird natürlich das Ganze zu testen. Dazu wird man dann eine eigene Testfacility, also einen eigenen Teststand bauen müssen. Ähm, was dann so ablaufen wird, dass man halt den Wasserstoff, äh, halt flüssigen Wasserstoff da durchjagen wird, äh, den aufheizen im Reaktor. Also erstmal noch nicht im Reaktor, die ersten, die ersten Tests macht man natürlich nicht mit einem Reaktor, sondern, äh, einfach. Mit irgendeinem Material, das, äh, halbwegs so ähnlich funktioniert und mit Strom aufgeheizt werden kann. Und einfach mal schaut, ob das mit den, äh, mit der Hitze und so weiter, ob das alles so klappt, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, untersucht natürlich vorher auch die Materialien, ob die mit dem heißen Wasserstoff zurechtkommen und so weiter. Was, äh, was auch so ein, so ein Ding ist, äh, äh, dass man, ähm, diese, diese, äh, Beschichtung aus Wolfram, äh, mit möglichst wenig, äh, möglichst wenigen, ähm, Verunreinigungen hat und möglichst wenigen Rissen und so weiter, dass es halt möglichst nicht, äh, kaputt geht. Deswegen ja auch diese Chemical Vapor Deposition und nicht irgendeine andere Variante, weil es halt relativ, äh, gleichmäßig zu machen ist. Also, die, die haben da, die haben da relativ viel Arbeit, äh, die, die wissen so ungefähr, wie es gehen soll und, äh, man hat bessere Techniken, als man das vor einem halben Jahrhundert hatte. Ähm, ja, muss man schauen, muss man halt schauen. Haben die da schon einen Zeitplan genannt, wie jetzt die Entwicklung vorangehen wird, also wann man da erste Ergebnisse erwarten kann? Hat man hier einen, hat man hier einen Zeitplan genannt? Ich weiß nicht, steht's im Pressrelease drin? Ich hab's. Ich weiß nicht, du hast es vorbereitet, das Thema. Ähm, ich hab danach nicht geguckt, ich hab erst mal nach der Technik geguckt. Also der, der Vertrag geht bis zum 30. September 2019? Ja, da geht's wahrscheinlich bloß um die Vorbereitung, so um die, die wichtigsten. Ist auch kein riesengroßer Kontrakt, Drei-Jahres-Vertrag, über 18,8 Millionen Dollar. Ah, da sieht man, da wird kein Teststand, äh, und da wird auch kein, äh, kein Reaktor gebaut werden für das, äh, für das Geld, da wird auch kein Uran dafür beschafft werden. Also Uran vielleicht schon, aber halt, äh, nicht in dem Sinn, dass man das jetzt ernsthaft benutzen wird als, äh, ähm, als Brennstab, sondern einfach bloß um die Verarbeitung zu testen. Äh, geht glaube ich auch hauptsächlich darum, dass man, äh, die Verarbeitung von dem Wolfram, ähm, testet, um zu schauen, ob das alles geht, ob das möglich ist, ob das Ganze im Kostenrahmen halbwegs erträglich ist und so weiter. Okay, also vor 2019 kann man da nicht viel erwarten. Nee, nee, nee. Äh, das braucht alles eine ganze Weile. Äh, bei nuklearer Technik sowieso. Ich muss mal kurz gucken, äh, ich verfolge seit, äh, bei weiß wie vielen Jahren immer mal, äh, eine Firma, eine norwegische Firma namens Thor Energy, die ein, äh, ja, die halt, äh, Thorium-Brennstäbe entwickelt und seit einer halben Ewigkeit, äh, da welche in Norwegen einen Testreaktor auch schon drin hat, äh, aber der wird, der Versuch läuft halt irgendwie über vier Jahre von Anfang an, weil so lange sollen die Dinger halt in einem normalen Reaktor drin sein. Entsprechend, äh, seit April ist das. Aha. Okay, seit April 2013. Das heißt, also eigentlich müssten die doch fast fertig sein. Hm. Muss irgendwann mal gucken wieder. Also, äh, das, ich wollte damit bloß betonen, ey, das, das braucht alles eine ganze Weile. Okay. Da ist bis morgen noch nicht viel getan. Du hast hier auch, äh, so ein längeres Paper noch verlinkt, wird dann doch ein bisschen, wahrscheinlich das, was du jetzt erzählt hast, nochmal ausgerechnet. Vor allen Dingen mit, äh, schönen Bildern. Ah ja. Dass man mal sieht, wie das, wie das gemeint ist und wie das aussieht. Ah, du meinst hier diese sechs hexagonalen Prismen. Genau. Prismen. Okay. Gut, also, äh, das, du meintest das schon jetzt ziemlich konkret, also das hat dich auch überrascht, dass es jetzt so genau gemacht wird, oder? Ja, es ist halt, äh, also es ist halt, ja, auf der einen Seite ziemlich konkret, also, dass man jetzt, äh, dass jetzt die NASA sagt, okay, äh, entwickelt mal hier zumindest die vorbereitenden Technologien dafür. Auf der anderen Seite, es ist halt, ja, ne, 18 Millionen, da ist noch nicht viel dabei. Noch nicht so viel. Ähm, also, da, da kommt jetzt kein laufender Reaktor aus oder so. Ja, aber man will sich jetzt vielleicht auch nicht sofort committen zu einer Firma, wo, sagen wir, wenn die jetzt nach drei Jahren irgendwie noch Mist gebaut hat, dass man vielleicht noch mal wechseln kann. Ähm, ja, na, es geht ja bloß um Technologie erst mal. Ja, aber dass man vielleicht... Es geht bloß darum, die Technologie zu entwickeln. Die Möglichkeit hat, dann noch mal Nerv zu justieren. Ja. Ne, ich war halt einfach ein bisschen überrascht davon, weil, ich meine, ich hatte darauf, ich hatte ja relativ anlasslos einfach mal über dieses Thema gesprochen. Und dass da jetzt gerade was, was sehr Konkretes kurz danach kam von der NASA, äh, hat mich doch jetzt etwas überrascht. Und ich hatte mir gesagt, dann reden wir doch noch mal drüber. Genau. Also, wir hatten ja, glaube ich, zwei Folgen, wo du über die Grundlagen von nuklearer Raketentechnik gesprochen hast. Einmal, was schon, äh, umgesetzt wurde und was noch umgesetzt wird. Also, äh, einmal praktische Anwendung, einmal, wo du... Theoretische. Anwendungen, beziehungsweise Sachen, die nicht wirklich dann gebaut wurden. Also, man hat sie ja gebaut, man hat sie bloß nicht fliegen lassen, ne? Ja, genau. Also, das werden wir auch noch mal verlinken, äh, kann man sich nachhören, wenn man da noch mal eine Einführung in das Thema haben möchte. Das war jetzt quasi, äh, quasi so von dem nach dem Motto, jetzt, es tut sich auch in der echten Welt was bei diesem Thema noch. Und das ist jetzt nicht so, dass, dass nukleare Raketentechnik komplett tot ist. Ja, äh, äh, Gwen Schottweil wurde ja, äh, bei dem... Ja, ihr, 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 ihr Mann ist, ist ja so großer Fan von nuklearer Raketentechnik. Genau. Er ist ja auch Raketenwissenschaftler. Also, in den, in den USA ist das, ist das ein, äh, vergleichsweise großes Thema, im Vergleich zu uns. Er ist jetzt kein riesengroßes Thema, es ist einfach bloß im Vergleich zu uns, ist es ein relativ großes Thema, äh, dass das besprochen wird. Aber wir sind hier in Deutschland, äh, und was Kernkraft angeht, naja, brauchen wir uns jetzt nicht großartig drüber auszulassen, wie groß dieses Thema dann sein kann, ne? Ja. Gut, dann, äh, kommen wir zu meinem Thema, äh, für diese, für diese Folge. Ich hab einen Artikel auf Space Flight Now gesehen, wo es darum geht, mh, dass, äh, James Webb Space Teleskop soll ja nächstes Jahr starten, ähm, wo ich grad gesehen hab, anscheinend, äh, kollidiert der Start zufällig mit dem Start von Beppe Colombo. Und jetzt muss der Start nochmal verschoben werden, weil Beppe Colombo halt Vorrang hat, weil das eine interstellare Mission, äh, eine interplanetare Mission ist. Ja, da ist der, da ist der Zeitraum etwas enger, ne? Ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist ja on track, das ist ja, äh, kann man ja verfolgen, gab ja irgendwie dann, äh, 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 Webcam, äh, Aufnahmen oder konnte man live mitverfolgen, wie die, ähm, Ingenieure die Spiegel eingebaut haben, die Spiegel-Elemente. Muss ja sagen, ich find's ein bisschen unglaublich, dass dieses Ding, äh, irgendwie tatsächlich mal fliegt, nachdem er die ganze Zeit nur drüber gesprochen hat. So ein bisschen war's ja echt bloß noch, ja, James Webb Teleskop halt, ja, das fliegt irgendwann mal. Und, äh, ja, also hier, äh, wird groß, äh, toll. Ja, das ist halt schon, das ist schon ein riesiger Oschi, aber, ähm, solche Sachen müssen halt langfristig geplant werden. Also, um das mal in Verhältnisse zu setzen, dass, äh, James Webb Teleskop wurde 2001 in Auftrag gegeben. Ähm, oder wurde halt genehmigt 2001 und seitdem bauen die da dran. Und deswegen gibt es jetzt schon, nämlich schon Pläne für die Nachfolgemission oder das nächste große Weltraumteleskop nach dem James Webb Space Teleskop. Es wird ja erstmal das, das nächste kleinere wird ja, wird ja geplant. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie dieses Ding hieß. Du meinst W-First? Genau, W-First. Irgendwas mit W und irgendwas, ja, genau. Ja, genau, W-First. Genau, das soll ja 2020 fliegen. Und, ähm, genau, also jetzt sagen wir so, an der vordersten Front der Weltraumteleskopplanung stehen jetzt zurzeit vier Kandidaten, wo die NASA jetzt erstmal interne Studien in Auftrag gegeben hatte, ähm, was, also, um herauszufinden, welche Finalisten sozusagen es in diesem Rennen um das 2030er Teleskop, nennen wir es jetzt mal, geben soll. Und da sind jetzt vier Kandidaten übrig geblieben, und die werde ich euch jetzt mal vorstellen, nämlich, ähm, das größte, beziehungsweise das ambitionierteste Projekt wäre das Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor, also, äh, kurz, äh, der, der knackige Name Louvoir. Ich glaube, du hast das mit den Top-4-Artikeln noch nicht ganz kapiert. Das Beste kommt natürlich immer zum Schluss und das Dritte ist eins, das dich zu Tränen rührt. Ah ja, okay, ähm, ne, ja, gut. So weit bin ich noch nicht. Da muss ich noch in die BuzzFeed-Schule für Listicles gehen. Ähm. Ja, sorry. Also, das, äh, das, äh, Louvoir, ähm, wäre ein, ähm, tatsächlicher, äh, James-Webb oder auch, also, Hubble-Nachfolger. Es geht jetzt darum, also, das Hubble hat jetzt langsam die Lebenszeit beendet, das, äh, muss irgendwann mal eingemottet werden. Und, ähm. Ja, doch ist es nicht kaputt. Irgendwann gehen die Gyros kaputt. Genau. Aber sagen wir mal, bis 2030 kann sich ja noch viel tun. Ich weiß gar nicht. Kennst du den Status davon? Vom, vom Hubble? Da, da ist doch irgendwas schon, irgendwas ist doch schon, äh, futsch, irgendein Motor oder so. Ja, das ist halt, ist halt die, ist halt die Frage. Also, äh, das Dumme ist, wenn man jetzt nach halben Gyros sieht. Das war doch von, 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 das war doch schon von Beginn an nicht so, nicht so top. Das, also, von Beginn an, im Jahr 1990, ja, damals, als das Ding mit dem Space Shuttle hochgebracht wurde, äh, äh, sorry, äh, muss mal kurz in den Opi-Modus, ist ja echt schon leide, ja. Ähm, da hat man als erstes mal festgestellt, äh, dass der Spiegel falsch geschliffen ist. Und zwar richtig, richtig böse falsch geschliffen, im Sinne von, äh, Amateure haben sich, äh, vor, vor Lachen dem Bauch gehalten, dass man einen so falsch geschliffenen, äh, Spiegel irgendwie fabrizieren kann und keiner kriegt das mit. Ähm, und dann hat man 1994, äh, in einer, äh, Operation, sozusagen dem eine, eine Brille verpasst. Ich glaub, das war keine, ich weiß gar nicht, ob es eine Linse war oder eine, oder ein entsprechend speziell geformter Spiegel, äh, der die sphärische Aberrationen von dem Spiegel, äh, ausgleichen konnte. Und danach konnte Hubble erstmals scharfe Bilder liefern. Äh, seitdem war es dann auch gut, aber davor war es echt, äh, ein peinliches Kapitel. Für die ersten vier Jahre. Und, äh, naja, dann haben sie halt insgesamt, ich glaub, fünf Service-Modus. War es vier oder fünf? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, geflogen, äh, Space-Shuttle-Programm, äh, hat für 135 Flüge 200 Milliarden Dollar ausgegeben. Also, jede Service-Mission nochmal mindestens anderthalb Milliarden drauf auf die Kosten von dem Hubble Space Teleskop. Also, es war schon, äh, keine billige Angelegenheit. Ähm, aber es ist immer besser geworden, äh, weil man halt immer bessere Sensoren reingepackt hat. Und, äh, ja, äh, aber wie gesagt, der, der Spiegel an sich ist eine echte Gurke. Er ist ziemlich flach. Also, die, die Form, die man gemacht hat, ist, äh, ziemlich perfekt, aber es war halt die falsche Form. Mhm. Ne? Also, wirklich perfekt, aber halt perfekt falsch. Ich seh auch grad, die, die Servicing-Mission war 93 und nicht 94. Ähm, ja. Ja, außerdem ist es halt relativ berühmt als, als tolles, äh, und gutes Teleskop. Und, äh, das kann man ihm relativ schwer nehmen. Genau. Und, ähm, also dieses Luvo hier soll dann, ähm, könnte dann dieses Hubble ersetzen, weil es genau die Funktionen hat, die das Hubble jetzt auch hat, halt ein bisschen besser. Ähm, soll Exoplaneten, dunkle Materie, Sternenbildung, erste Galaxien, Entdeckung innerhalb des Sonnensystems leisten. Oder erforschen. Also, äh, ist im Grunde einfach ein Hubble 2.0, so könnte man das nennen, beziehungsweise ein James-Webb-Teleskop 2.0, ja, 2.0. Also soll dann das auch schon als möglicher Nachfolger gelten. Ja. Ähm, das wär so, dass, das Größe der, der Spiegeldurchmesser wird noch zwischen 8 und 16 Metern angegeben. 16 Meter wär natürlich ein Mörderding. Ich glaub, das Hubble hat 4 Meter, oder? Äh, 2,4. Äh, äh, 2,4 nur? Jaja, das, das Ding ist nicht groß. Okay, also, äh. Hubble ist nicht groß. Das ist ein, äh, das ist ein umgebauter Spionagesatellit. Also, äh, das Ding ist nicht so groß. Aber, also 16 Meter wird's wohl nicht werden, ähm, und selbst 8 Meter. Also, was heißt, was heißt umgebauter Spionagesatellit? Also, äh, ich glaub, es ist noch nicht, äh, noch nicht ganz raus, aber mindestens die Spiegel kamen aus der gleichen Quelle. Ähm, ob's identisch ist, also das ist halt noch nicht, ist noch nicht in der Öffentlichkeit raus, äh, was diese Keyhole 10 und 11 Satelliten, glaub ich, waren. Äh, wie genau die aussahen, aber nach allem, was sich so gehört hatte, waren die, äh, sahen die letztens aus wie ein Hubble Space Teleskop. Also, äh, bloß halt, äh, umgekehrt, Richtung Erde, nicht Richtung weg. Acht bis 16, ähm, Meter Durchmesser, wo man halt, also die, ähm, haben auch, äh, die, ähm, eine der Vorsitzenden dieser Forschungsgruppe vom Luvio interviewt und die meinte, äh, Luvoir, äh, das ist ein schwieriger Name, ich hoffe so, das wird's nicht, einfach vom Namen her, ähm, und die meinte dann einfach, die größte Beschränkung ist einfach, wie viel in so eine Nutzlastverkleidung reinpasst. Also, welche Raketen dann 2030 zur Verfügung stehen, also, äh, Falcon Heavy, SLS, äh, Vulcan-Rakete von, von, ähm, äh, United Launch Alliance, ähm, und danach richtet sich dann tatsächlich, wie groß der Spiegel wird. Und auch, wie, 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 wie man ihn einklappen kann, ob man da nochmal neue Methoden entwickelt, um Spiegel einzuklappen, ähm, weil, dann kann man natürlich mehr Spiegel reinpassen. Ähm, was ich noch sagen wollte zum Vergleich, also, das Very Large Telescope, was so Ende der 90er Jahre so das, das Größte der Welt war, äh, das hatte 8 Meter Durchmisse. Aber das ist kein Space Telescope, das ist, Das war Boden. Das war Boden, ja, ja. Das war damals das Größte der Welt. Okay. Genau, dann, ähm, jetzt bin ich hier genau, Genau, der zweite Vorschlag ist, dass Habitable, habi, habitable, bewohnbare Exoplaneten, ähm, Imaging Mission, ähm, also Habitable Exoplanet Imaging Mission, äh, kurz HAPEX genannt. Ähm, soll einen Spiegeldurchmesser zwischen 4 und 8 Metern haben, ähm, äh, Aufnahmefrequenz zwischen Ultraviolett, sichtbares Spektrum und im, äh, nahen Infrarotbereich, ähm, soll einen Kornografen an Bord haben, was… Koronografen. Koronografen. Ah, genau, Koronografen, so macht das auch mehr Sinn, ähm, was, äh, womit man halt Sternenlicht verdecken kann und, äh, Reflexionen von, äh, den umgebenden Planeten, äh, sichtbar machen kann. Und das halt so, also das, das Hubble Space Telescope hat das auch, aber halt nicht so filigran, dass man, äh, Planeten damit sehen kann, die sehr nah oder halt in der bewohnbaren Zone um die, um die Sterne kreisen. Und das sollte halt das Habex-Teleskop verbessert dran haben, so einen verbesserten Koronografen. Der Witz an den Dingern, warum die auch so heißen, ist, dass man eigentlich den Stern abdeckt und damit die Corona von dem Stern beobachten kann, ähm, deswegen heißen die Dinger so. Also die, die Teilchen, die es, die der Stern halt so rausschmeißt und, äh, die leuchten ja durchaus noch, werden ja von dem Licht, der Strahlung von dem Stern angeregt und, äh, die kann man dann beobachten. Das sieht man ja auch, äh, jetzt demnächst in den USA wird man das wieder sehen, wenn unser ganz großer Koronograf, äh, der Koronograf, äh, dann, äh, sich vor die Sonne schiebt und wir die, äh, Corona mal wieder sehen können. Ja, ähm, ohne Teleskop. Ja, alternativ, und das ist, ähm, was, was dann ein bisschen fancier ist, könnte man auch einen externen Starshade mitschicken, der als, als separates Raumschiff sozusagen Informationen mit dem Habex-Teleskop fliegen soll. Ja. Das ist wie so ein, ein, ja, wie so ein Sonnenschirm, mit dem man dann, äh, auch die Sterne abdecken könnte und ... Gibt's ja, ha, gibt's doch als, 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 als Mission, ich weiß bloß nicht, wie die heißt. Als riesengroßes Ding halt, äh, dass, das halt wirklich bloß die, so einzelne Sterne abdecken soll. Keine Ahnung, was. Keine Ahnung, wie das Ding hieß. Nee, auf jeden Fall, ähm, soll das dann mit einer, mit einer Reihe von, äh, äh, bewegbaren Spiegeln so funktionieren, dass man dann halt wirklich nur noch das Licht um die Sterne herumschiebt. Warum, warum einen das Teleskop weiterleitet. Ah. Und zwar ist das der, von, von der New Worlds Mission, der Starshade. Und wann will der kommen? Das ist nur ein Vorschlag. Okay, ist nur ein Vorschlag. Ja gut, dann können Sie es ja nur umsetzen. Das ist nur ein Vorschlag, aber der ist halt, ist halt wirklich genau das, ne? Der deckt halt einen Stern ab und, äh, soll dann ermöglichen, dass man ringsrum Planeten ... Ja genau, vielleicht ist das ... Ohne, ohne, ohne viel, ohne viel Lichtverschmutzung, äh, anschauen kann. Weil, wenn du in einem Teleskop so einen Koronografen integriert hast, ähm, dann hast du immer das Problem der Lichtbeugung. Also, da wird dann noch Licht drumrum gebeugt und das verschmutzt dir dann alles und, äh, das, das Problem hast du halt nicht, wenn du so ein riesengroßes Ding ganz weit weg hast. Ja. Ähm, und das, also, was sie da jetzt ansagen ist, dass, äh, das Habex-Teleskop zwischen Erd-, Mars-, Mars- und Venus-ähnlichen Planeten unterscheiden kann. Also, das ist ja jetzt immer so die Sache, wenn man so Exoplaneten in der habitablen Zone findet, dann kann man ja sagen, okay, das könnte jetzt wie die Erde sein, könnte aber auch wie Mars, äh, oder noch schlimmer wie die Venus sein. Und, äh, das Habex-Teleskop soll jetzt quasi unter diesen Erd-, äh, oder diesen Planetentypen auch unterscheiden können. Hat man wahrscheinlich irgendeine Art Spektrografen dabei, ne? Ja, denke ich schon. Also, es ist halt einfach Technikverbesserung. Und, ähm, es sollen dann schlussendlich zwei Versionen eingereicht werden. Also, sie haben eine kleinere Version mit 4-Meter-Spiegel und eine größere Version mit einem 6,5-Meter-Spiegel, die sie dann beide quasi als finale Version einreichen werden und nicht nur eine Version davon. Dann, äh, dritter Vorschlag, das Origin-Space-Teleskop. Hat keinen catchy Namen, ist ja schon catchy an sich genug. Soll im sehr tiefen Infrarot-Bereich, äh, ähm, also sehr, ist das sehr langweiliges Licht dann? Ja, genau. Also extrem langweiliges Licht, nur auf... Alles andere wäre der nahe, der nahe Infrarot-Bereich. Genau. Ähm, äh, hat, soll einen 9-Meter-Spiegeldurchmesser haben und als Ersatz für das Spitzer-NASA-Weltraumteleskop oder das ESA-Herschel-Space-Observatory dienen und soll die Entstehung von Galaxien, Sternen und Planeten beobachten oder halt erforschen, wahrscheinlich nicht beobachten, aber halt nachprüfen, wie das halt so passiert ist. Und, äh, genau, die Suche nach Wasser- und Treibhausgasen auf Exoplaneten, ähm, auch vorantreiben und auch interstellaren Staub untersuchen können. Ja, halt alles angucken, was halbwegs kalt ist. Genau, soll auch, ähm, der Spiegel soll auf knapp 5 Kelvin runtergekühlt werden können. Genau, also, ja, weil wie gesagt, die wollen, die wollen damit mit Sicherheit, äh, kaltes Zeug sich angucken, das halt, äh, ja, Licht aussendet, das im fernen Infrarot-Bereich, Bereich ist, ähm, weil jeder Körper sendet halt Wärmestrahlung aus, hatten wir ja schon besprochen, bei der Photovoltaik zum Beispiel, Schwarzkörperstrahlung, ne, und, ähm, ja, umso kälter es ist, umso langweiliger wird das Licht, das ausgesendet wird und, äh, langweilig ist, also im fernen Infrarot-Bereich, ähm, ja, da strahlen dann hauptsächlich Körper, die relativ kalt sind. Ja. Jo. Und das will man damit beobachten und dann muss man entsprechend auch den, den Spiegel möglichst kalt machen, weil ansonsten, äh, leuchtet der Spiegel schon in dem Licht, das man eigentlich sehen will und das wäre jetzt irgendwie blöd. Genau, also das wäre, ähm, also das, ich glaube, das, ähm, weiß nicht, muss man den Artikel nachschauen, genau, da war nämlich auch der Kelvin-Vergleich zwischen den einzelnen Teleskopen drin, ähm, genau, also, ähm, zum Beispiel das James-Webb-Teleskop hat eine Wärme von 53 Kelvin, ähm, Hubble und WFIRST haben 250 Kelvin und, äh, das Spitzer-Weltraum-Teleskop, also, was ja im Grunde die gleiche Funktion erfüllen soll oder erfüllt wie das Origin-Space-Teleskop, ähm, hat eine Wärme zwischen 4 und 27 Kelvin. Also, ich glaube, äh, das bedeutet, dass halt so normal 27 Kelvin und bei Bedarf kann man das dann kurzzeitig wahrscheinlich nochmal auf 4 Kelvin runterkühlen. Ja, umgekehrt, man, man hat halt einen, einen Vorrat an flüssigem Helium am Anfang, mit dem man das richtig tief runterkühlen kann. Ah, genau. Und dann ist der weg. Ja, gut, also. Irgendwann ist das weg und dann ist das alles, was übrig bleibt. Ja, genau. Ähm, äh, genau, das war jetzt das dritte Teleskop und der vierte Vorschlag ist das LYNX X-Ray-Teleskop oder das LYNX-Röntgen-Teleskop, was an der Satz für die, äh, für das Chandra-Röntgen-Observatorium der NASA oder das ESA-XMM-Newton-Mission sein soll. Chandra war ja schon in den 90ern, oder? Ja, gefühlte Ewigkeiten. Genau. Ähm, ähm, ja, keine Ahnung, also, also irgendwie so Chandra Observatory, ich guck mal kurz. Ich glaub, so 99 war das oder so. Ja, 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 genau, 99, 23. Juli, 99 mit SDS, äh, 93. Mhm. Und, ähm, genau, das soll die Entstehung der ersten schwarzen Löcher erforschen, ähm, die Ära der Reionisierung nach dem, äh, Big Bang, wo erste Galaxien und Lichtquellen entstanden sind. Ähm, genau, das, das soll, kann man halt mit Röntgenstrahlung, äh, erforschen oder indem man die Röntgenstrahlung auffängt. Und, ähm, das ist das noch am, also am technisch schwierigsten, weil man halt große technologische Sprünge braucht, um leichte und, also leichte und hochleistungsfähige Röntgenoptiken bauen zu können. Ja, naja, da hat man ja seit Chandra wirklich große Fortschritte gemacht. Genau, ähm, das waren jetzt erstmal, also vorläufige Studien, also die vier Finalisten gibt es jetzt. Und, äh, bis, äh, Ende 2019 sollen dann, also ich glaub, bis Ende diesen Jahres wird es dann, äh, von diesen vier Forschungsgruppen jeweils einen Zwischenreport geben, also technische Machbarkeit, wie viel das ungefähr kosten wird und solche Sachen. Ende 2019 gibt es dann den Finalreport und der wird dann bei der Decadal Astrophysics, ähm, ähm, wie war das, wie hieß das? Äh, genau, ich glaub, die Decadal Astrophysics Study, also auf jeden Fall gibt es alle zehn Jahre so eine große Astrophysik-Konferenz, wo, oder so ein Panel, wo halt entschieden wird, was das nächste große Weltraumteleskop sein wird. Also 2001 war das dann halt das James Webb, äh, Space Teleskop, 2010 war das das WFIRST und 2020 wird dann quasi eines von diesen vieren genommen. Decadal Survey Planning, glaub ich. Ähm, und, äh, genau, das wird dann vom National Research Council quasi betrieben, diese, diese Planung. Ähm, das ist ganz interessant, weißt du, dass das National Research Council ist? Nö. Das ist, ähm, eine private NGO, äh, die, äh, als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg von Woodrow Wilson ins Leben gerufen wurde, um Forderungen wissenschaftlicher Projekte mit militärischem Nutzen, äh, voranzutreiben. Hat sich natürlich seitdem, äh, verändert, also ist jetzt, äh, was anderes, aber, äh, fand ich schon ganz interessant, dass das halt nach dem Ersten Weltkrieg schon gegründet wurde. Und, ähm, die machen halt diese unabhängigen Bewertungen, also die, die werden dann halt von der NASA beauftragt, ja, also bewertet das mal völlig frei von irgendwelchen Einflüssen irgendwie, äh, ich weiß nicht, wer bei der NASA arbeitet, kennt man wahrscheinlich die meisten Forscher, die dann dran arbeiten. Und die wollen dann halt wirklich eine unabhängige Studie, die dann sagt, was das beste Weltraumteleskop ist. Und halt in den letzten, äh, 20 Jahren war es halt immer so, was das National Research Council sagt, dem folgt dann die NASA. Und es ist halt nur Geld für eines dieser vier Projekte da. Und es wurde auch schon gesagt, keines dieser Projekte wird so bleiben, wie es ist, bis es dann zum Launchpad kommt, sondern wird halt nochmal, je nachdem, wie viel Geld dann tatsächlich da ist und wie viel, äh, und welche technischen Limitierungen es gibt, nochmal sich stark verändern. Aber diese vier grundlegenden Ideen gibt es jetzt und die werden jetzt erstmal für die nächsten zwei Jahre ausgearbeitet und dann 2020 wissen wir, äh, welches Weltraumteleskop nach dem James-Webb-Teleskop und dem WFIRST 2030 starten wird. Jo. Genau, und was sie noch gesagt haben, also die letzten zwei, also jetzt das James-Webb-Teleskop und das WFIRST, waren halt beides Fokus auf, äh, Infrarot-Astronomie. Und, äh, ich glaub, also daraus leitet sich ab, dass man sich jetzt vielleicht hofft, dass es jetzt auch einen Fokus auf andere Wellenlängen geben wird. Ja. Dass es mal Richtung V geht oder so. Ja, genau. Oder halt. Ist halt alles, was halt irgendwie schwierig von der Erde aus zu untersuchen ist, ne? Genau, oder halt so einen richtigen, dicken Oschi wie halt das Louvior. Das waren die Themen für diese Sendung. Das waren die Themen, ne? Kommen wir zu den Meldungen. Da hast du die erste Meldung. Ja, die erste Meldung ist, äh, aus Indien, äh, die ISRO unterstützt die Starshot-Initiative, die wir in Folge X bitte hier einsetzen. Ich hab keine Ahnung, schon mal besprochen hatten. Ja. Ja, wo es einfach, also es gibt ja diesen, diesen russischen Typen namens Juri Milner, glaube ich, äh. Der, ähm, gesagt hat, hey, wir können zu Alpha Centauri eine kleine, äh, kleine, kleine Weltraumsonde schicken. Ein Chip-Satellit. Mit Laserantrieb. Und, äh, ja, man will jetzt halt einen, so ein, ja, letzten Endes so einen, einen Satelliten in der Größe testen. Das ist nicht das erste Mal, dass man sowas gemacht hat und ich hab dummerweise vergessen, äh, nochmal, ähm, zu gucken. Äh, hat jedenfalls nicht geklappt damals. Also man, man wollte halt so aus einem, äh, so, halt so groß wie ein Kartoffelchip ungefähr, äh, ah, das, das Project Sprite, das ist sogar immer noch das Gleiche. Aha. Aha, okay. Scheint immer noch das, äh, ja, also es scheint das Gleiche. Hat nur den Namen geändert. Genau, man hat bloß, nee, noch nicht immer das. Man hat jetzt einfach nur gesagt, ja, das ist für die, glaub ich. Also, Project Sprite ist für die Starshot Initiative. Ja, ist jetzt, äh, irgendwie, zumindest behauptet man das. Egal, jedenfalls was in der Größenordnung. Ähm, ja, und das will man jetzt halt von der ISRO her starten und, äh, die wollen, die wollen das mit irgendeinem, irgendeinem Raketenstart dann mal demnächst durchführen. Äh, ist natürlich jetzt die große Frage, was bringt das, äh, insbesondere für diese Starshot Initiative, weil die basiert ja darauf, dass man irgendwie, irgendwie ein Mal, ein tragisches Segel baut, äh, das gigantische Mengen an Laserenergie im Gigawatt-Bereich, äh, aushalten kann und reflektieren kann und dabei diese, so einen Satelliten als, als Nutzlast, äh, transportieren kann, ohne den zu zerbrutzeln. Und ich weiß halt immer noch nicht, wie das gehen soll. Und irgendwie halt da noch nichts Überzeugendes gesehen. Was macht die ISRO jetzt da? Na, die ISRO startet halt diese kleinen Satelliten, um halt zu zeigen, ja, so kleine Satelliten kann es geben. Okay. Mehr nicht. Okay, gut. Ist halt so kleine Platine mit bisschen, äh, Solarzelle drauf, mit ein bisschen, äh, hier Prozessor drauf, irgendein, irgendein Sender und irgendeine Antenne und vielleicht noch irgendwas, ein bisschen was, aber nicht so furchtbar viel, halt fast halt so auf so kleine Platine ohne irgendwas drumrum halt drauf geht. Dann hab ich noch ein paar Details zu Energia, äh, einfach, ähm, weil wir jetzt ja sehr viel über das SLS geredet haben, aber die Russen planen ja auch grad ihren Super-Heavy-Launcher, ihren, ihren Mega, ihre Nixi-Großdruck. Also so richtig Super-Heavy ist das nicht. Ja, aber so halt, dass das SLS… Nee, warte, Moment, das war ja, das war ja die Energia, sorry, nee, nee, ich hab, ich hab nix gesagt, ich hab jetzt kurz an die Angara gedacht. Ja, genau, nein, ich rede von der Energia 5V oder 5VR, also 5V ist die große Variante und 5VR ist die kleinere Variante, ähm, ja, was, was, ähm, was hat die für Daten genau? Hat eine, ähm, Startmasse von 2368 Tonnen, ähm, genau, kann in den 200-Kilometer-Orbit 100 Tonnen bringen, ähm, genau, genau, in den, in den Lunaren-Orbit dann 20,5, das ist wichtig, also ursprünglich war das mal geplant, dass diese Energia, äh, die Mondmission fliegen soll. Das war aber dann, äh, wurde dann aber als zu riskant angesehen und jetzt geht es einfach darum… Wir sollten mal, wir sollten mal ganz kurz noch, äh, zurückhodern und betonen, es geht hier um die Energia 5KV-Rakete und die hat überhaupt nix mit der, äh, mit der Rakete zu tun, die wir normalerweise als Energia-Rakete, äh, zeichnen. Du meinst, ja, genau, das ist nämlich die Energia N1, die, du meinst wahrscheinlich. Genau, das ist die, mit der damals der Buran gestartet wurde und das Polios-Modul, das dann, äh, 180 Grad falsch gedreht war und, äh, deswegen nicht in Orbit gekommen ist, ähm, um die geht's nicht, äh, es geht um eine andere Rakete, eine neue Rakete, die aber auch diese RD-171-Triebwerke benutzen soll. Nein, 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 nicht, also die, äh, N1 hat die RD-170. Ja, ähm, aber halt letzten Endes, äh, auf ähnlicher Technik, bisschen besser, bisschen verbesserte Technikbasierende, äh, Triebwerke und, äh, große Wasserstoffstufe obendrauf, anstatt halt eine große Wasserstoffstufe, äh, gleich mit beim Start. Genau. So wie ich das verstanden habe. Genau, also RD, hier steht auch bei dem Artikel RD-170, ähm, die stärkste, das stärkste Raketen-Triebwerk der, der Welt. Ja. Ja, genau. Das ist nach wie vor etwas, das die Russen, äh, sowieso haben, auch wenn die Amerikaner dann immer sagen, ja, 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 aber, aber unser, äh, wie hieß das Ding, das F5-Triebwerk, das war doch, nee, F1-Triebwerk, äh, das hat nur eine Brennkammer und das ist das größte Raketen-Triebwerk mit nur einer Brennkammer der Welt. Ah, okay, gut. Ähm, ja, also, ähm, also warum wir darüber reden, es gibt halt die, wirklich Details dazu, ähm, wie diese Triebwerke aussehen sollen, ähm, ich würde das auch gerne, also jetzt das zu erzählen, ist ziemlich kompliziert, äh, schaut euch lieber diesen Artikel an auf, äh, Russian Space Web, das ist übrigens immer eine sehr gute Adresse für alle russische Raumfahrt, das, es wird von einem, von einem Typen geschrieben, der heißt, äh, Anatol Zak, glaube ich, und der hat auch ein Buch geschrieben, was man sich kaufen kann, über russische Raumfahrt, und der hat auch immer sehr schöne Risszeichnungen von einen Raketen, also das ist eine sehr schöne Seite, ähm, und, äh, genau, also, das soll dann bis 2000, also zwischen 2016 und 2025 wollen sie, ähm, dieses, äh, diese Rakete, die Energia 5F oder 5FR, ähm, also die zwei Varianten entwickeln, und sollen dann quasi als Gegenstück zur, zur amerikanischen SLS-Rakete dienen, äh, jetzt geht es weniger um Weltraum, äh, um Mondexploration, sondern natürlich, ähm, genau, man plant die Deep Space, äh, Human Exploration, also, ähm, interplanetare Besatzungsmissionen, äh, zu Mars und sonst wohin. Jo, ähm, wenn wir schon Russian Space Web, äh, wenn wir eine Seite empfehlen, dann sollten wir auch gleich nochmal die Space Flight, äh, 101, äh, also 101, äh, empfehlen, weil die ist echt gut, die ist, also da, die sind immer sehr gut, was die technischen Daten und so weiter angeht, da stehen dann auch gerne mal so vernünftige, plausible Schätzungen, äh, da, wenn irgendwie das Gewicht nicht offiziell bekannt gegeben wird und so weiter. Aber steht da auch alles in, 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 in Pfund, in Pfund Sterling oder ist das denn das auch richtige Einheiten? Auch normale Einheiten, glaub ich, ich bin gar nicht so sicher. Okay, es wird wahrscheinlich nichts in der Raumfahrt mit Pfund Sterling angegeben, außer vielleicht britische Kosten. Ja, aber, aber, ich weiß schon, was du meinst, ähm, notfalls, äh, empfehle ich immer einen gut gehenden Taschenrechner. Ja, also, äh, gute Einheiten-Umrechner ist immer, äh, gut, wenn man mit amerikanischen Werten arbeitet. Ja, im Pfund, im Pfund sind 0,45 Kilogramm, das ist eine gut, eine hinreichend gute, äh, Umrechnung. Bei Gallonen bin ich mir nie so sicher, ich glaub es sind 3,7 Liter, äh. Äh, ne, warte, eine Gallone wiegt, äh, 6 Kilogramm, nee, ich glaub 6 Pfund, irgendwas, auf jeden Fall, äh, ist auch egal, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, genau, also, schaut euch mal die Seite an, also, Energia 5F, wenn ihr wissen wollt, ähm, 5V, wenn ihr wissen wollt, was die Russen denn zur Zeit machen, weil die sind nicht untätig, darf man nicht vergessen. Ja, sie sind nicht untätig, nur pleite. Äh, ja, aber dafür haben sie jetzt die Krim eingenommen, da liegt ja sehr viel Gold, oder? Nein. Keine Ahnung. Nein, äh, das verspastet, aber, äh, ich mein, die Amerikaner sind ja auch nicht unwesentlich nicht pleite. Äh, ja, äh, selbst geschuldet. Ähm, ja, also, wenn die Chinesen mal anfangen, ihre Schulden einzufordern, äh. Äh, wenn die, wenn die, ja, ich sag mal, wenn die USA einfach nur genauso, einen genauso großen Anteil, äh, ihres Bruttoinlandsprodukts fürs Militär ausgeben würden, wie die Chinesen, dann hätten die mal eben 3 oder 400 Milliarden Dollar mehr, um irgendwie dafür zu sorgen, dass ihre Bevölkerung nicht verarmt, aber naja. Wo, von wem redest du jetzt? Von den USA. Ja, genau, also, ja, gut, USA ist, das kann man eh vergessen. Ähm, dann, äh, hab ich gleich eine nächste Meldung, äh, Lockheed Martin, ähm, macht jetzt einen aus Skylab, nämlich, äh, sie wollen aus einem alten Space Shuttle Modul eine Raumstation bauen. Und ich erwähne deswegen Skylab, weil, ja, Skylab, wie wir alle wissen, aus einem alten Saturn-5-Modul, oder damals war es nicht alt, aber aus einem Saturn-5-Modul einfach umgebaut wurde. Deswegen war das auch so, also, war sehr viel Luft in diesem, also, wenn man halt diese Skylab-Fotos sieht, das ist ja im Grunde einfach so ein großer, eine große Tonne, wo die Astronauten dann drin gewohnt haben. Und so eine verdammt große Tonne mit richtig viel Platz, da hatte ich doch vor kurzem so ein, so ein Video davon verlinkt. Ja, genau. Das ist halt, es ist halt echt geil. Ja, aber. Wir haben richtig, richtig, richtig ernsthaft Platz da drin gehabt. Ja, aber es ist halt, es ist halt, äh, nicht ökonomisch. Also, das hat die ISS doch schon wesentlich, also, effizienter. Das ist scheißegal, die haben dort richtig Platz gehabt, die konnten dort Porzelbäume machen und alles. Die hatten da ja auch eine Dusche drin, das musst du dir mal vorstellen, die hatten eine Weltraumdusche. Ja, also war früher doch alles besser. Ja, gut. Von wegen, und heute haben wir ja nichts. Aber dafür hat Skylab andere Probleme. So ein oder zwei oder drei. Und am Ende ist es in Australien abgestürzt. Und Skylab, also, äh, nicht Skylab, also Lockheed Martin hat sich jetzt eins dieser, oder ich glaube, gibt es nur eins, oder? Also auf jeden Fall gibt es ein Donatello Multi-Purpose Logistics-Modul. Nee, ich glaube, die hatten mehrere. Genau. Und, ähm, das war früher ein Frachtmodul, was man in Space Shuttle stecken konnte, also auch rund- und tonnenartig. Ich weiß nicht, ob es dann auch ein Da Vinci und, ähm, also hier Teenage Mutant Ninja Turtles. Donatello. Und, äh, Michelangelo, ne? Genau, Michelangelo, ne, nicht Da Vinci, genau, Michelangelo-Modul gab. Aber ich glaube, das war eine andere Namensgebung dort. Ähm, und sie wollen, äh, ein Verfahren, ähm, ist ja jetzt hier, äh, von Golem zitiere ich gerade, aber nicht von, äh, dir, Frank. Nicht von mir. Sondern von Werner Pluthard, der ja, ähm, der, 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 habt ihr ja so das Job, so Senior Space Editor und sowas? Nein, nicht, nicht so, äh, der Staff Writer, äh, das ist der, das ist der offizielle Titel. Ah, okay, und du bist, äh, Freelance. Ich bin einfach nur, ich bin Freelance, ja. Ja, genau. Ähm, ja, und der macht halt, äh, sonst so, so Technik-Kram halt auch. Ja, genau. Ähm, und, ähm, genau, nach Eingang, also 3D-Druck ist ja, also, die, sie haben hier schon die richtigen Buzzwords angegeben, nämlich 3D-Druck und Mixed-Reality-Technik. Ach Gottchen. Ähm. Ich hatte es mir ganz ehrlich gesagt, ich habe mir den nicht nochmal durchgelesen, den, den Artikel, wir haben es nicht geschrieben, nee, äh, 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 die Artikel sind von ihm gar nicht mehr schlecht, nee, überhaupt nicht. Nee, der Artikel ist auch nicht schlecht. Der hilft, und der hilft mir auch, äh, sehr viel. Nee, ich hab, ich hab. Der Werner Bluter, nee, sollte man, sollte man einfach mal sagen, also, das ist so mein großer Sensei bei, äh, bei Golem, äh, und der hat mir schon sehr viel ausgeholfen. Nee, ich hab auch, ich hab auch gar nicht, ich hab auch gar nicht hingemeinnt, sondern der hat wahrscheinlich auch nur aus der Pressemitteilung von, äh, Lockheed Martin zitiert. Ja, klar, klar, klar. Ja, äh, nee, nee, also ich, ich will, ich will einfach bloß den Werner Bluter mal, mal gewürdigt haben, der ist, der ist wirklich so bei, 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 Golem.de ist der echt so, so mein großer Sensei, und, äh, also, ich hab den echt viel zu verdanken, äh, zum Beispiel, dass meine Artikel einfach besser geworden sind. Also, äh, und dann, dann, dann sollte man das doch einfach mal tun, ne, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Und, äh, damit ist das hiermit geschehen. Ja. Äh, vielen Dank. Mhm, und, äh, genau, und wir hatten ja schon mal über das Deep Space Gateway gesprochen, oder ich hatte drüber gesprochen, vielleicht erinnerst du dich drüber. Ja. Da gab's nochmal diese PowerPoint-Präsentation, wo sie so gesagt haben, mit wie viel SLS flügen sie da ihr, 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 ihr Wolkenkuckucksheim hinter dem Mond zusammen abbauen wollen. Oh, Wolkenkuckucksheim hinter dem Mond, das ist ein guter Titel, ich glaub den nehmen als Frank-Titel. Jo, ähm, und. Und vor allen Dingen ist, da kommt ja spät genug, dass die Leute, die unbedingt darauf warten, dann auch dranbleiben. Ja, genau, genau, ähm, und, ja, genau, also, das ist jetzt ein Teil, natürlich, ähm, wird hier auch wieder Bigelow genannt, mit ihren aufblasbaren, äh, Raumstationen, ähm. Die ja auch gar nicht mal schlecht sind, das ist einfach bloß der Typ, der so krass schwierig ist. Ich hab, äh, heute war ja wieder ein Foto von, ähm, äh, von diesem Bigelow-Modul, was vor Zeit an der ISS klebt und die Astronaut, und die Astronaut meinten, oder, also wurde schon genannt, also es ist schon relativ viel Platz drin, vor allem, weil man ja alle Seiten gleichmäßig benutzen kann. Wo ich mir halt auch überlegt hab, also wie groß, wie viel größer würde meine Wohnung wirken, wenn ich auch die Decke als Ablagefläche benutzen können, könnte. Genau, äh, ich finde, eine Ablagefläche reicht bei mir, dass Chaos groß genug ist. Ähm, ja, aber da könntest du halt alles auf dem Boden ablegen und dann irgendwie auf der Decke arbeiten, aber das lassen wir jetzt mal. Ja. Bitte, bitte nicht, bitte nicht an der Gravitation rumspielen hier, okay? In der Schwerelosigkeit wird sich ja, dann eher, also wird sich ja dann so ein, ein Klumpen in der Mitte bilden, des Raumes, der dann seine eigene Gravitation aufbaut und sein eigenes Anziehungssystem, dann kreisen deine Socken um deinen Computer. Äh, dann, naja, also Gravitation wird nicht ausreichen, aber es wird ganz bestimmt eine Möglichkeit geben, das Ganze irgendwie elektrostatisch aufzuladen. Und jedes Mal, wenn man das anfasst, geht's dann, ja, äh, Schluss! Genau, das war einfach das, was ich erwähnen wollte, also finde ich eine ganz spannende Idee. Es gibt auch noch, ähm, wie heißt das, Ixion, die Ixion-Initiative, die aus alten Treibstofftanks von Raketen Wohnmodule bauen wollen. Äh, was ja eine so hirnrissig alte Idee ist, nein, hirnrissig nicht, aber sie ist eine alte Idee. Die hat, die wurde schon von Kim Stanley Robinson im Roten Mars verwurstet und sicherlich davor schon von Zubrinnen und davor sicherlich auch schon von anderen. Ich klicke hier auf den verlinkten Artikel und wer hat den geschrieben? Frank Wunderlichpfeifer. Ja, passt hier. Zu Ixion. Okay, ja. Also ich hab grad quasi das gelesen, was du mir ins Ohr gesagt hast. Okay. Ähm, ja, also das war's zu dem Lockheed-Martin-Thema. Ah, jetzt komm ich wieder dran, ähm, nämlich The Weirds Signal. Hier sind wir wieder bei unserem Couch-Gag. Ähm, das Arecebo-Observatorium in Puerto Rico, äh, diesem, ähm, Vasallenstaat der USA. Genau. Garantiert keine, keine Kolonie, aber auch nicht so richtig unabhängig. Ja, nicht so richtig unabhängig, sie sind halt offiziell ein, ein Bundesstaat, ja, sie sind ja dieses Oversea Territories. Ja, ja, die, die hatten irgendwie, die haben halt kein Wahlkreis, glaub ich. Komische, das war irgendwie so ein komischer, so ein komischer Kompromiss, den man 1898 geschlossen hat, um irgendwie nicht offiziell zu sagen, dass man Imperialismus betreibt oder irgend sowas war. Ja, 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 genau. Ähm, auf jeden Fall ist Arecebo, ähm, 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 genau, er heißt Planetary Habitability Laboratory, äh, University of Puerto Rico at Arecebo, ähm, und die haben den, äh, Stern Ross 128 untersucht. Und, ähm, dort. Einer der Nächsten an der Erde und irgendwo ein Exoplanet, glaub ich, ne? Genau, sie haben den und, äh, Banat, Banat Star, also, Banat, Banats, Banats Pfeilstern. Genau, Pfeilstern, genau, weil der sich so schnell bewegt. Am Himmel, genau. Also, relativ, das kann nur deswegen, weil er halt relativ nah an der Erde ist, dadurch, äh, sieht die, die Relativbewegung zu den anderen Sternen entsprechend groß aus. Genau. Und sie haben dann ein komisches Signal aufgefangen und, äh, dann halt natürlich eine Pressemitteilung dazu geschrieben und da stand halt auch drin, ja, wir haben jetzt, äh, also Forscher am SETI-Institut kontaktiert und da, äh, da haben die Leute halt nur SETI gelesen und sofort Aliens, Aliens, Aliens geschrieben und jetzt haben sie sozusagen quasi einen Antwortartikel, der ist schon vom 21. Juli, aber, ähm, trotzdem interessant, äh, quasi draufgeschrieben, wo sie gesagt haben, es sind keine Aliens, äh, wir haben die Leute vom SETI-Institut nur kontaktiert, weil die sich halt mit solchen Signalen auskennen. Ähm, also, wenn man halt Search for Extraterrestrial Intelligence, dann hat man halt den ganzen Tag nur mit solchen Signalen zu tun und sie wollten halt wissen, was das hätte sein können. Genau, die haben die ganze Zeit mit Elektromist zu tun und dann kann man doch die Leute, die sich mit Elektromist auskennen, äh, den Elektromist sortieren lassen. Genau, ähm, und, ähm, genau, es gab dann halt, es ist halt hier Stellaraktivität und, äh, Satellit oder lokale Interferenz, gab ja einmal ein komisches Signal, wo es sich dann rausgestellt hat, die Mikrowelle im Pausenraum war undicht von dem Observatorium. Passiert. Ja, ähm, und, genau, das haben sie nochmal schön aufgeschlüsselt, ähm, genau, wo, 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 wo 128 liegt, ähm, und sie haben es jetzt offiziell Weird-Signal genannt, ähm, also in Anlehnung an das Wow-Signal ist das jetzt das Weird-Signal. Ähm, müssen alle, als nächstes kommt dann das What-Signal oder, äh. Genau, und, äh, das, das Who-Signal und das, ähm, Why-Signal. Genau, und, äh, ansonsten können wir dann auch noch ein, ein Wörterbuch zurate ziehen unter den Buchstaben W, wie man solche Signale noch so nennen kann. Das What-About-Signal und das Whom-Signal und das, ähm, äh, Where-For-Signal, also es gibt ja sehr viele Fragewörter mit W. Genau. Obwohl Weird ja noch nicht mal ein Fragewort ist. Ja, äh, aber man muss halt alles mit W anfangen. Das Curious-Signal und das, äh. Obwohl eine Tradition, nee, weil, wie war das immer, äh, beim ersten Mal ist es Zufall, beim zweiten Mal ist es, äh, irgendwas beim dritten Mal ist eine Tradition, ne? Keine Ahnung. Die haben ja auch in sehr schönen Counter einmal, ähm, 1824 Tage seit Curiosity gelandet ist und 9338 Tage, seitdem der erste Exoplanet entdeckt wurde. Lange her. Ja, mit 9368 Tage, das ist 9338 geteilt durch 3, 6, 5, 35 Jahre. Ich kann mich noch daran erinnern, da gab, da war also eine große Neuigkeit, als man den zehnten Exoplaneten gefunden hat. Knapp 25 Jahre ist das jetzt, ja. Ja, ja, also irgendwie, ich, ich bin ja, ich bin ja zur Universität gegangen, als ich angefangen habe zu studieren, als man wirklich so gerade so die, ein paar Dutzend hatte und, und regelmäßig so, äh, aus dem, äh, also hier bei der, in, in Jena, bei dem, bei der Astronomischen Fakultät dann so, so hintenrum Hinweise gekriegt hat. Ja, hier, da und da hat man wieder welche gefunden und so weiter. Und irgendwie fühlt es sich das total toll an, irgendwie so die, äh, die Insider-Informationen vor einen anderen zu haben. Ja, das ist ja jetzt mittlerweile auch so, dass halt die NASA in der Pressekonferenz ansetzt und alle sich ganz cool fühlen, wenn sie einfach 10 Minuten vorher schon in Artikel leaken. Ja, aber, äh, das, das war halt irgendwie noch, das waren andere Größenordnungen und vor allen Dingen war das halt alles noch richtig cool, weil ein Exoplaneten, ich meine, du kannst heute irgendwie 100 Exoplaneten entdecken und das ist keine große Meldung mehr. Ja, damals war es so, hey, wir haben den 100. Exoplaneten entdeckt, wir können schon richtig Statistik machen, boah, sind wir cool. Also, das war schon, das war schon echt, äh, das war eine geile Zeit, ja. Also, der, dieser Rear-Zignan-Artikel ist auch sehr, sehr unterhaltsam geschrieben und sie haben auch eine kleine Umfrage unter den Twitter-Follernern gemacht, was es hätte sein können. Ähm, genau, also sind da sehr, sind da sehr humorvoll an die Sache rangegangen. Ja, ähm, XKCD hat ja den Vorschlag gemacht für einen Satelliten, der nun endlich, ach, diese Teekanne startet, von wem auch immer das kam, ist Robert-Paradoxe? Nee, oder? Wie ist das? Ah, warte kurz, Russell. Russell. Genau. Bertrand Russell, der war's. Genau, Bertrand Russell und genau, CubeSat-Based Design, ähm, genau, genau, hier, I'm crowdfunding a project to launch a teapot in orbit, into orbit around the sun to settle the Russell thing once and for all. Äh, der, den Vorschlag hatte ich, glaub ich, auch schon mal früher gemacht. Ja, und dann, äh, der, der, der. Ah, das mit dem Crowdfunding ist neu. Der Alternativ. Es steht nur noch 3D-Druck und es wird alles, alles wird super. Genau, äh, warte kurz, und hier steht, ähm, im Alternativ, in diesem Bildbeschreibung, gesagt, Unfortunately, NASA Regulations state that the Bertrand Russell-related payloads can only be launched within launch vehicles, which do not launch themselves. Ja. Damit's auch ein Paradox bleibt, ne? Genau. Ja, ähm, gut, dann, äh, haben wir noch eine Meldung vom Frank aus China, aus dem fernen Osten. Aus dem fernen Osten. Welche Kunde hast du uns denn mitgebracht? Ich habe die folgende Kunde zu verkünden, dass man verkündet hat, dass man nach dem Fehlstart von der Langmarsch-Fünf-Rakete nun die, äh, den Start der, der nächsten Mondmission verschoben hat. Auf? Auf 2019. Von? 2018? Ich glaub Anfang 2018 war's ja gedacht, äh, Chang, äh, 5. Jetzt hatten wir es noch keinen Fragewörtern, wer, was, wo, wie, warum. Genau, äh, geht halt darum, dass diese Mission, äh, auf dem, auf der Mondunterfläche, auf der Mondunterfläche, genau, auf der Mondunterfläche eine Probe sammeln sollte, nachdem sie auf der Mondoberfläche gelandet ist und, äh, eine Probe von, ich glaub zwei Kilogramm oder so, ähm, automatisch zur Erde zurückfliegen soll. Mit einer zweiten Rakete, glaub ich. Das wäre dann dem, äh, übrigens ein Rekord, äh, ein neuer Rekord, äh, es gab alte Rekorde, ich glaub, das ist vielleicht fast noch das Spannendere, weil im Luna-Projekt, ich weiß nicht mehr, welche Luna-Flüge das waren, ich glaub irgendwie, da, 16, 20, 24 oder irgend so. Das waren sowjetische Missionen. Sowjetische Rekete, genau. Und, äh, die haben schon Bodenproben gesammelt und, äh, ja, automatisch zur Erde zurückgebracht, aber das waren immer bloß ein paar Gramm. Ich glaub, 100 Gramm war das meiste oder so oder 200 Gramm irgendwas in der Größenordnung und die wollen es jetzt halt im Kilogramm-Bereich machen und, äh, einen neuen Rekord aufstellen. Und, äh, das wird dann halt, äh, 2019 gemacht, äh, Bodenproben von der Mondunterfläche. So, ähm, ja. Die heiße zum Inneren des Mondes. Was allerdings bedeuten kann, dass, äh, die, die Mission Chang'e 4, und ich weiß gar nicht, für wann genau die angesetzt war, äh, dass die dann vielleicht doch noch vor der Chang'e 5 kommt. Weil ich glaub, das war immer so gedacht, dass die Chang'e 5 erst kommt und dann die Chang'e 4 später, weil irgendwie Zeitplan für die Entwicklung, äh, etwas anders kommt. Was ist Chang'e 4? Chang'e 4, was machen die? Chang'e 4 ist praktisch die Ersatz-, als Ersatzmission geplant gewesen für Chang'e 3, die, äh, den Jadehasen auf dem Mond ausgesetzt hat. Ah, okay. Und, also, ursprünglich war halt bloß geplant, okay, wenn da was schief geht, dann haben wir noch eine im Ärmel. Äh, dafür hat man sie nicht mehr gebraucht und hat jetzt gesagt, okay, wir bauen noch einen Mondorbiter, der halt einfach bloß als, als Nachrichtensatelliten, Beobachtungssatellit um den Mond fliegt. Und landen die vierte Mission auf der Rückseite des Mondes, was, was völlig Neues ist, was, weil das noch niemand gemacht hat. Aber dafür braucht man halt erstmal diesen Mondorbiter. Und, äh, die Entwicklung von dem Mondorbiter hat halt die ganze Mission dann etwas verzögert, weshalb die ursprünglich geplant war, äh, nach Chang'e 5, äh, erst zu landen. Aber ich, ich hab jetzt den kompletten Plan nicht im Kopf. Äh, kann also sein, dass jetzt die Reihenfolge wiederhergestellt ist. Okay. Ja, mit so, äh, Zahlen und Reihenfolgen haben sie die Chinesen ja nicht so wirklich bei ihrer Umfahrt. Genau. Ja. Ähm, aber bleiben wir fast in der gleichen, äh, Zeitzone, nur drei Stunden daneben. Von dem gleichen Ziel. Äh, befindet sich, äh, Neuseeland. Äh, andere Halbkugel, aber immerhin so ungefähr die gleiche Zeitzone. Ähm, Neuseeland, äh, beherbergt ja bekanntlich das neueste Weltraumprojekt, äh, nämlich, äh, wie heißen sie gleich? Äh, Elektron-Rocket. Elektron-Labs, genau. Ähm. Äh, die ja ihre Elektron-Rakete von Neuseeland aus starten und das ja auch getan haben und die halten nach wie vor daran fest, dass sie für Moon Express, äh, einen Mondlander starten wollen noch dieses Jahr und ich glaub, das ist jetzt so ungefähr die allerletzte Mission, die noch minimale Aussichten hat, äh, in diesem Jahr zum Mond zu fliegen von diesem ganzen Lunar, äh, Google Lunar X Prize. Also, wenn die da, wenn's keiner schafft, ist das wirklich ein Reinfall für alle Beteiligten. Ja, ich war ja nie so übermäßig optimistisch, was das angeht, ne? Also gut, ich halt irgendwann, ich kann mich erinnern, irgendwann hatte es mich dann doch ergriffen und ich hab gesagt, hey, das wird gegen Ende des Jahres ja nochmal richtig spannend. Elektron-Labs, die heißen Rocket Labs und die bauen die Elektron-Rocket. Rocket Labs USA, genau, ja. Doch, so heißen sie, also so ist die Webseite mindestens. Aber wie heißt die Rocket Labs USA, wenn die dann in Neuseeland starten? Äh, weil die einen Sitz, ihren Hauptsitz, glaube ich, in Kalifornien anmelden mussten, damit das irgendwie rechtlich irgendwie alles über die Bühne geht und die mit ITA keine Probleme kriegen und die, äh, normal und ohne zu viele Umstände Nutzlasten aus den USA starten können, bla, blub, halt scheiße, ne? Irgendwie Bürokratie. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall, äh, die scheinen irgendwie auf Kurs zu sein und wollen demnächst auch, äh, ein, eine Beschreibung des ersten, äh, Fluges liefern und man darf gespannt sein, ob das kommt. Sehr schön. Äh, die haben ja den ersten Testflug unternommen, aber die haben noch keine, keine genauen Daten, noch keine Analyse der Daten veröffentlicht, aber irgendwie, hier hieß es Sometime Next Week. Das könnte diese Woche sein? Nee, nächste Woche. Genau. Am 29. kam es, äh, äh, nee, es wäre irgendwann diese Woche, vielleicht kommt es ja, vielleicht ist es schon draußen, vielleicht kommt es auch erst in den nächsten Tagen. Jo. Ja. Okay. Vielleicht kommt es dann, ja. Ja, ähm, haben wir noch was auf der Liste stehen? Nee, Raketenvorhersage kommt jetzt. Raketenvorhersage. Äh, äh, äh. Wir hören lautes Tippen, weil wir beide die Seite nicht offen haben. Genau, Space Flight Now. Genau. Da könnt ihr natürlich auch gucken und wir haben dieses Ding jetzt natürlich genauso wie, wie andere, äh, Formate immer noch, äh, TV-Formate immer noch Wetterberichte am Ende liefern, obwohl man es jederzeit im Internet abrufen können. Aber es gehört halt zur, zur Tradition dazu. Genau, das, das ist jetzt Tradition. Es dient ja auch, auch mehr uns, damit wir uns im, äh, beide wissen, welche Raketen so demnächst starten. Da haben wir einmal am, äh, 11. August, das ist der Freitag der nächste, äh, eine japanische Rakete, nämlich eine H2A mit der Mitsubishi 3 Nutzlast. Das ist ein, ähm, Navigationssatellit. Ähm, das quasi Senate Satellite System, äh, also das regionale japanische Navigationssystem, was das äquivalent ist zu dem indischen regionalen Navigationssystem, das ja schon fliegt. Aber, soweit ich weiß, auch Probleme mit dem, äh, äh, mit den Uhren hat, genauso wie das Galileo-Dingens. Ich weiß gar nicht, wie weit das, ich hab das gar nicht mal weiter verfolgt, ob die, die Uhren wiederbeleben konnten oder nicht. Ich glaub, ich hab da neulich mal einen Artikel gelesen, was... Da war irgendwas. Ja, da war irgendwas. Mir war es so. Ja, ja. Ich hab, ich hab sowas im Urin, dass die Uhren wieder gehen. Genau. Äh, es, es gab übrigens, äh, einmal Pläne, und zwar sehr lange Pläne. Dass man, äh, das Galileo-Projekt und das chinesische Navigationssystem Baidu, äh, oder auch auf Deutsch Kompass, äh, dass das, äh, praktisch, ja, in Kooperation gemacht werden sollte. Aber irgendwie haben die sich auseinandergelebt. Aber, ähm, das erklärt dann wahrscheinlich auch, dass beide Systeme die gleichen Uhren benutzen. Ich hatte mich da irgendwie gewundert und jetzt irgendwie bei der Recherche, äh, äh, ist mir das, äh, in die Finger gerutscht, diese Information. Ja. Dann am 13. August unsere Freunde von SpaceX, ähm, starten wieder eine Rakete, weil die, äh, Range wurde wieder freigegeben. Die geheimen Militärsachen wurden anscheinend abgehandelt. Ich weiß gar nicht, was sie da, weil es ist bekannt, was sie genau gemacht haben. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie einfach nur Maintenance oder irgend so. Weil, man darf ja nicht vergessen, Cape Canaveral ist ja immer noch eine Air Force Base. Und wenn das Militär sagt, ihr dürft keine Raketen starten, dann werden da keine Raketen gestartet. Jo, äh, eigentlich geht's ja bloß darum, dass es, äh, Millionen Menschen auf der ganzen Welt gibt, die jetzt gerade irgendwie Entzugserscheinungen haben. Und, äh, wenn da nicht möglichst bald was passiert, dann, dann, dann gibt's ja aber eine sowas von auf den Deckel. Genau. Also, 13. August, das ist dann der, logisch, der, äh, Sonntag. Der Samstag, Sonntag, genau, ja. Sonntag um, ähm, 16.57, 18.57, noch zwei Stunden Zeitverschiebung nach England, oder? Äh, ja, das, ja, August auf jeden Fall, genau. Ja, also, also 18.57, also wenn wir alle von Potsdok gerade auf dem Heimweg sind, ähm, oder vielleicht schon wieder zu Hause, startet SpaceX Falcon 9 mit dem Dragonfrachter CRS-12 zur ISS. Ähm, genau. Äh, Payload, steht da irgendwas Interessantes dabei? Nein. Aber wird wahrscheinlich wieder was, äh, im, im, im Chunk sein. Irgendwas Spannendes. Genau, irgendwas wird sein, da redet man dann später drüber. Genau, genau. Und dann, ähm, letzter Start, den wir jetzt hier ankündigen, 18. August, das ist dann der, äh, wieder der Freitag in zwei Wochen. Da startet nämlich mal wieder, das ist ja schon lange her, eine Atlas-5-Rakete. Ja. Oder? Schon länger her, oder? Wann waren die letzte? Ich hab keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hab ich lange nicht mehr... Nee, war, war doch erst vor kurzem wieder eine gewesen. Echt? Ja, war doch erst. Okay, auf jeden Fall, ähm, mit dem, äh, TDR, TDRSM-Kommunikations- und Data-Relay-Satelliten der NASA. Äh, war das das Ding, das starten sollte und... Genau, das war nämlich das Problem, der sollte schon längst gestartet sein und dann haben sie beim Einpacken in die, äh, in die Nutzlassverkleidung irgendwie, äh, gefummelt und, äh, ist irgendwas anscheinend kaputt gegangen. Irgendwie, ich glaub, so ein, so ein S-Band- oder K-Band-Antenne ist irgendwie abgebrochen. Ah ja, da war was. Genau, und das ist halt was, was man schon braucht für so einen Kommunikations-Satelliten. Ah, wär blöd, wenn das nicht dran ist. Ja, der, der sieht ja sehr lustig aus, der sieht da aus wie so eine, wie so eine, wie so eine Tulpe, die so eingepackt ist, also diese großen Antennenschirme, die sind da so ein bisschen zusammengefaltet im, in der Nutzlassverkleidung drin und, äh, der wird am 18. August, äh, hoffentlich dann gestartet, äh, Startfenster ist von 14.04 Uhr bis 14.44 Uhr, also 40 Minuten. Und dann irgendwann Elektron, also da, da wird gesagt, mit 2017. Genau, nächster, fester Startzeitpunkt ist wieder Falcon 9, 24. August, Formosat 5. Da sind wir dann irgendwann auch wieder dabei. Genau. So, ähm. Ähm, oh, Minotau 4, was ist denn das? Minotau 4, äh, das ist irgendeine Minuteman- oder Peacekeeper-Rakete, die umgebaut wurde. Ja, okay. Ähm, oh, am 11. September ist auch ein Raketenstart angesetzt. Am 11.11. Ah, nee, nee, 11.9. 11.9. Nicht an, nicht an Fasching, an dem Gegenteil von Fasching, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Wir sagen jetzt auch mal, gute Nacht. Genau, gute Nacht. Tschüss. Tschüss.